Dieses Video wird euch präsentiert vom TaschengeldDieb.de Ja, moin moin, wieder ganz herzlich zurück, willkommen auf dem Kanal und wieder zu Magic. Ja, und das Ganze dank dem lieben TaschengeldDieb.de. Vielen lieben Dank an dieser Stelle an den André. Und der hat uns wieder einen Booster zur Verfügung gestellt von Magic. Ein Booster, ein Bundle, auch mit B, aber ein Bundle mit 10 Boostern, inklusive 10 Draft Booster, so ist das richtig. Schaut auf jeden Fall mal im Shop bei ihm vorbei, hier unten, TaschengeldDieb.de Und auch, ich packe die Links für Magic direkt mal unten rein. Der verfügt aber auch über ein breites Sortiment mittlerweile, Tabletop, Zubehör und weiß der Teufel was. Schaut einfach mal rein. Lohnt sich auf jeden Fall. Auch immer Toppreise, Topangebote und ja, Versand von einem auf den anderen Tag, was soll ich sagen. Ne, schaut einfach unten rein. Gut, wir gucken uns mein Lieblingsprodukt zu jeder Edition an und zwar ist das das Bundle. Klar, man kriegt nicht so viele Karten, wie wenn man sich ein Display holt, aber man kriegt schon mal einen guten Überblick über die ganze Edition. Und diese Edition, die hat es ja in sich, also ich bin total begeistert, ist es nämlich Dungeons & Dragons. Dungeons & Dragons. Jetzt werdet ihr fragen, ja hast du denn früher Dungeons & Dragons gespielt? Nein, habe ich tatsächlich nicht. Bei uns war so eine, ja habe ich ja glaube ich schon mal erzählt, so eine Sekte. Die haben wir so getauft, weil die wirklich, ja das war verpflichtend da teilzunehmen. Das war die DSA-Sekte, die haben sich glaube ich mal freitags getroffen. Und egal was passiert ist, da wurde halt DSA gezockt. Ich habe es mal probiert, ich bin aber nicht so der Pen & Paper Fan. Wie ich schon mal gesagt habe, das ist mir zu extrovertiert. Ich weiß es nicht. Manchmal finde ich, man muss halt immer so ein gewisses Stück aus sich rausgehen und seinen Charakter dann spielen und das ausleben. Und ja, finde ich interessant, aber wie gesagt, ich bin nicht immer, je nach Stimmungslage bin ich nicht immer menschenkompatibel. Und ja, wenn ich dann auf Minimalkompatibilität laufe, dann ist so ein Tabletop definitiv besser. Da kann man dann halt irgendwie sagen, ja ich greife den an, ich greife den an und muss das nicht irgendwie groß ausschmücken. Egal, ich schweige vom Thema ab. Aber halt Pen & Paper, Dungeons & Dragons, wer das halt nicht kennt. Da wird meistens mit einem W20 gewürfelt. Hier sehen wir natürlich auch so einen. Und ich habe mich minimal gespoilert. Ich habe eigentlich so gut wie gar nichts geguckt, außer mal wie das hier mit den Gewölbekarten, also mit den Dungeons funktioniert. Ansonsten habe ich mich komplett nicht gespoilert bei der Edition, weil ich richtig Bock auf die Edition habe. Schauen wir mal. Ich habe gehört, dass es, also das ist auch schon minimal Spoiler, dass da viel auch gewürfelt wird und Münzen werfen. Also Sachen, die im Kompetitiven vielleicht nicht so geil sind. Aber da ich sowieso Casual-Spieler bin, ist das für mich genau die richtige Edition, glaube ich. So, gucken wir mal. Wir haben natürlich hier Mr. Cutter, unseren einzigartigen Unboxing-Cutter wieder am Start. Der hilft uns und öffnet einmal das Gerät. Ja, das Übliche. Ich mache jetzt erstmal die Folie ab, dann blendet das auch gar nicht mehr so hier, der ganze Mumpitz. So, natürlich für die Leute, die das Produkt noch nicht kennen, wir hatten eben die Rückseite schon mal hier ohne spiegelnde Folie. Wir haben immer eine voll dabei, quasi wie so ein Box-Topper halt beim Display. Dann haben wir natürlich zehn Draft-Booster. Es gibt ja mittlerweile verschiedene Booster, also Draft-Booster, Set-Booster, Collectors-Booster. In aufsteigender Preisreihenfolge, wenn ich mich recht entsinne. Dann haben wir hier eine Kartenschachtel. Man könnte auch Box dazu sagen. Finde ich immer super gut, kann man Karten auch drin gleich aufbewahren, mitschlüren. Und hast du nicht gesehen, die hier scheinen richtig geil zu sein. Mal gucken, ob die auch so aussieht. Dann haben wir natürlich wieder Länder. Da haben wir 20 Voll- und 20 normale Standardländer. Dann haben wir diesmal dabei drei übergroße Gewölbekarten. Auch richtig cool, ne? Mal schauen, welche Größe das ist. Ich glaube, ich habe sogar noch ein paar übergroße Sleeves da. Hoffe ich zumindest. Ich habe sie letztens noch irgendwo rumfliegen sehen. Da habe ich noch gedacht, die musst du wegräumen, bevor sie weg sind. Das sind nur noch ein paar verdammte Tati. Aber hoffe ich sie hingetan? Egal, schauen wir mal. Und dann haben wir natürlich noch ein besonderer übergroßer W20. Plus zwei Regelreferenzkarten. Also das ist immer so das Schöne, wenn man hier so ein Bundle kauft. Man kriegt so ein Komplettpaket. Oh, da sehen wir schon die Box. Die sieht gut aus, ne? Die sieht richtig gut aus. Da ist auch gleich ein Drachen drauf mit dem Magic-Logo quasi zusammen. Und ja, wunderbar. Also dieses Crossover ist natürlich schon gewagt. Aber ich finde es gut, muss ich sagen. Ich finde es gut. So, dann haben wir noch so eine kleine Box dabei. Die ist auch immer zum Aufbewahren von irgendwas. Zum Beispiel von Würfeln oder dergleichen. Oder Token oder weiß der Teufel sonst. Ja, und dann haben wir hier unsere Gewölbekarten. Die gucken wir uns gleich an. Und die Verpackung ist auch wie immer. Ich gucke mal kurz, wo der Anfang hier ist. Ist auch wie immer ein Poster. Und das finde ich immer richtig, richtig gut. Die braucht man nicht einfach wegzuschmeißen. Oh, einzelne Klebepunkte gesetzt diesmal. Okay. Da haben wir hier einmal ein schönes horizontales Poster. Könnt ihr euch, wie gesagt, als Regalhintergrund immer perfekt. Und ja, was soll ich sagen. Anstatt es wegzuschmeißen. Ich finde das immer gut. Kann man halt was mitmachen. So, dann haben wir hier noch so ein kleines. Begib dich auf ein neues Abenteuer. Da könnt ihr mal gucken. mtgstory.com Und ja, da geht es auch um Kampagnen. Hier haben wir dann Abenteuer in den Forgotten Realms. Und ja, ich frage mich immer noch, ob man das Realms oder Realms ausspricht. Weil Real, man weiß es nicht. Ich glaube, es spricht immer Realms aus. Englisch, ne? Ja, ja. Aber wir haben ein deutsches Bundle, ne? Hoffe ich. Weiß ich gar nicht. Das ist überhaupt eine gute Frage. Da könnten wir mal drauf gucken. Abenteuer steht drauf. Also denke ich mal, dass das Deutsch ist. Das werden wir dann mal sehen. Alles klar. Gut, so. Die Karten sind schon mal deutsch. Das ist Indikator dafür, dass der Rest das auch sein dürfte. Und dann gucken wir mal. Jo, die sind aber echt mal fett, die Karten. Alter Schwede. Ich weiß nicht, war das übergroß? Was war das denn? Die Commander-Karten gab es mal übergroß. Und ich meine, Plane Chase gab es auch mal, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, ich meine schon. Ja, sehr cool. Und ja, hier seht ihr diese Gewölbe. Oder halt auch Dungeons, wie man auf Englisch schon wohl sagen würde. Und davon haben wir da drei Stück an der Zahl. Legen wir einfach mal hin. Dann können wir uns die mal angucken. Und ja, wir haben, jetzt fragt ihr euch, was macht man damit? Was tut man damit? Also man kann wohl, wie ich das gehört habe, über Karten. Also zum Beispiel sagt eine Karte, sobald die Karte ins Spiel kommt. So als Comes-in-to-Play-Effekt. Betretet ihr einen Dungeon oder könnt halt ein neues Dungeon betreten, ne? Also sprich, hier haben wir Fallengesicherter Eingang zum Beispiel. Jeder Spieler verliert einen Lebenspunkt. Und diese Effekte, die passieren dann in dem Moment auch so. Dann spielt er die nächste Karte, wo er wieder in den Dungeon ein neues irgendwie erkunden dürfte. Steht er, steht er oben. Könnt da irgendwie Marker drauflegen oder so. Und ja, dann könnt ihr entweder Schleier der Furcht. Jeder Spieler verliert zwei EP. Es sei denn, er wirft eine Karte ab. Oder danach kommt Sandfallzelle. Jeder Spieler verliert zwei EP. Es sei denn, er opfert eine Kreatur, Artefakt oder Land. Dann haben wir Katakomben auf der rechten Seite. Wirf eine Karte ab und opfere eine Kreatur, ein Artefakt und ein Land. Muss das, glaube ich, heißen. Im Englischen hätte ich das schon mal gesehen. Da gehört, glaube ich, ein Und hin. Prüft das auf der Fälle mal, bevor ihr das dann spielt. Und euch nachher eine Köppe kriegt, wenn einer irgendwie das Englische, der andere das Deutsch hat. Wiege des Todesgottes haben wir als Zeuge ein Atropal. Einen legendären 4-4-schwarzen Gott-Schrecken-Kreatur-Spielstelle mit Todesberührung. Jo, alles klar. Dann haben wir Verlorene Mine von Pandelva. Ja, die Namen, da müsst ihr das jetzt entschuldigen. Wie gesagt, ich habe Dungeons & Dragons nie wirklich gespielt. Ich finde das Fantasy-Setting generell immer cool. Hier sind wohl auch Karten dabei, die die alten Artworks von Regelbüchern von D&D haben. Das finde ich auch richtig cool. Interessante Idee. So, gucken wir uns das mal an. Wir haben hier den Höhleneingang. Wende Hellsicht 1 an, okay. Dann das Goblin-Versteck. Erzeuge einen 1-1-roten Goblin-Kreaturen-Spielstein. Dann kommt der Lagerraum. Da ist bestimmt das Bier. Lege eine Plus-1-Plus-1-Marke auf eine Kreatur deiner Wahl. Jawohl. Dann haben wir düsterer Tempel. Jeder Gegner verliert eine LP. Du erhältst eine LP dazu. Minenschächte. Erzeuge einen Schatz-Spielstein. Ja, guck, Schätze sind natürlich auch wieder am Start. Dann haben wir die Pilzhöhle. Aber mit Z geschrieben, nicht mit S. Eine Kreatur deiner Wahl. Erhält minus 4, minus 0 bis zu deinem nächsten Zug. Und dann haben wir unten noch Tempel von Dumatruin. Ziehe eine Karte. Jo, alles klar. Dann haben wir noch das Verlies des wahnsinnigen Magiers. Gehendes Portal. Du hältst einen Lebenspunkt dazu. Dann das nächste Verlies. Wende Hellsicht 1 an. Dann haben wir den Goblin-Bassar. Erzeuge einen Schatz-Spielstein. Auf der anderen Seite verdrehte Höhlen. Eine Kreatur deiner Wahl. Kann bis zu deinem nächsten Zug nicht angreifen. Dann haben wir verlorene Ebene. Wende Hellsicht 2. Dann haben wir Runen-Stein-Gewölbe. Schicke die obersten zwei Karten deiner Bibliothek als Exil. Du kannst sie spielen. Dann haben wir Muirals-Friedhof. Erzeuge 2-1. Eins schwarze Skelett-Kreaturen-Spielsteine. Dann haben wir tiefe Minen. Wende Hellsicht 3 an. Und dann haben wir noch Unterschlupf des wahnsinnigen Magiers. Ziehe 3 Karten und zeige sie offen vor. Du kannst einen davon wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Okay. Ja, das sind unsere 3 Dungeons hier quasi. Also beziehungsweise Gewölbe. Und ihr seht, die sind schon recht groß. Alles klar. Coole Sache das. Die packen wir an die Seite. Denn wir möchten natürlich unsere Boosterchen aufmachen. Erstmal gucken, was wir hier drin haben. Wie schon gesagt, wir haben erstmal natürlich unsere zwei Rules-Reference-Cards. Immer mal ganz praktisch. Da steht halt so das Nötigste drauf, würde ich fast sagen. Also genau erklärt ist es nicht. Es ist halt nicht so ein schönes Ausfaltblatt wie zum Beispiel immer bei Final Fantasy oder so. Oder bei Gate-Ruler, da steht immer alles dann drauf. Dann haben wir natürlich unsere 10 Booster. Quasi das Kernstück des Ganzen. Dann haben wir hier unsere kleine Box, die in die große Box passt. Das ist, wenn man zum Beispiel ein Deck hat und ein Sideboard oder Tokens und ein Deck. Das ist irgendwie super cool. Und dann haben wir natürlich unseren W20. Und ja, der ist natürlich hier richtig schick. Mit dem passenden Editionslogo natürlich. Und ja, wie gesagt, der hier wird hier mehr Relevanz haben, als nur die Lebenspunkte runterzuzählen wie sonst. Das kann ich schon mal verraten. Denn hier soll es ja, wie gesagt, einige Karten geben, wo man auch würfeln kann. So, gut. Dann wollen wir das mal alles ein bisschen ordentlich machen. Wie gesagt, die Box hier, die ist einfach nur zur Off-Bewahrung. Aber besser als einfach früher war so ein bisschen Pappe da drin. Die war zwar cool zum Basteln, aber hat halt sonst keinen Effekt. Die war sehr stabil. So eine Box ist immer cool. Da kann man immer, ne? Ihr kennt das ja, gerade wenn ihr noch Tabletop dabei spielt, hat man genug Schnitschnack, den man da auch reinpacken kann. So, bevor wir ans Eingemachte gehen, packen wir natürlich erstmal hier einmal kurz das Landpack aus. Und gucken uns unsere Foil an. Ich finde mal wieder den Anfang nicht. Das ist ja der Running-Git bei jedem Video. Ich finde das, da ist er. Da ist er. Schwuppdiwupp. So. Einmal hier, zweimal da. Und da sehen wir schon unsere Schatztruhe. Ein Artefakt. Jo, eine Rare, ne? Erstmal das Artwork betrachten. Sieht gut aus meiner Meinung nach. Gefällt mir sehr, sehr gut. Da könnten wir das Licht auch so ein bisschen mal hier auf die Karte mehr holen, ne? Ja, so. Dann folgt das auch richtig schön, ne? So. Wir haben hier ein Rare, wie gesagt, ein Artefakt für drei beliebige. Wir können vier bezahlen. Opfere die Schatztruhe. Würfel ein W20. Da geht's schon los. Und dann seht ihr hier, dass das aufgeteilt ist. Also normal ist ja, eins ist ja immer ganz schlecht. Und 20 ist das Beste, was man würfeln kann. Hier gibt es tatsächlich auch dann, ne? Wenn dann eins würfelt, seht ihr da. Du verlierst drei Lebenspunkte. Also eins ist immer quasi, ja, kritisch. So, würden wir würfeln. Und ihr da, zack, eine 20. So wird gewürfelt, ne? Und dann guckt ihr halt einfach auf den Karten, was dann quasi gewürfelt wird. Und wir haben hier eins, ne? Das haben wir gerade gesehen. Drei Lebenspunkte. Da haben wir zwei bis neun. Erzeuge fünf Schatzspielsteine. Zehn bis neunzehn. Du hältst drei Lebenspunkte dazu und ziehst drei Karten. Und ich hätte jetzt ein 20 gewürfelt. Das wäre, durchsuche deine Bibliothek nach einer Karte. Falls es eine Artefaktkarte ist, kannst du sie ins Spiel bringen. Oh, geil. Nimm diese Karte sonst auf deine Hand und mische danach. Ja, klar. Super starker Effekt. Aber die 20 muss man auch würfeln. Und ja, das hätte ich in dem Moment gemacht. Das heißt, ich hätte mir irgendwie ne Artefaktkarte raussuchen können, die ich sofort ins Spiel bringe. Ansonsten auf der Hand nehmen. Cool Rare. Gefällt mir sehr gut. Würde ich wohl nehmen. So, dann gucken wir natürlich uns die Länder an. Hier haben wir ne Ebene. Hier haben wir noch ne Ebene. Also man sollte auch, wie gesagt, immer den Artists, also den Künstlern, die die Artworks von den Ländern machen. Also ich stehe ja sowieso sehr auf Landschaftsmalereis. Ist auch so ein kleiner Fetisch von mir. Gerade im Bereich, ja, Federtusche, beziehungsweise Fineliner halt. Die Schwarz-Weiß-Geschichten. Das finde ich immer richtig geil. Ja, dann haben wir hier ne Insel. Und ihr kriegt, wie gesagt, 20 in voll. 20 normal. Oh, hier mit Shift drauf. Das ist auch immer schön, ne? Und hier haben wir auch den großen Fluff-Text jetzt immer da drauf, ne? Bei der Edition. Auch sehr cool. Und es ist halt alles so an Dungeons & Dragons irgendwie, ist damit verzahnt, ne? Das ist richtig, richtig cool. Und oh, das sieht ja gut aus, ne? Sowas hier. Sehr geil. Sehr geil. Standardland. Sumpf nochmal. Und dann haben wir nochmal noch ne Sumpf. Dann kommen die Gebirge. Mhm. Auch schick. Ne? Da kann man nicht meckern. Aus dem Gebirge rausgauen. Und dann natürlich die Wälder. Die müssen wir uns auch noch in Voll angucken. Da im Hintergrund sehen wir schon einen Turm. Also die Edition, da habe ich immer richtig Bock drauf, muss ich sagen. Das sieht auch richtig cool aus. Und das sieht aus, ja, das sieht bewohnt aus, ne? Bevor die Elfenkönigin euch hilft, müsst ihr einen Weg finden, die merkwürdige Fäule zu heilen, die die Wurzeln der alten Bäume befallen hat. Und, ja, heute noch, ähm, beim Wandern gesehen, Rotfäule bei uns hier im Sauerland teilweise echt voll die Plage. Und, ähm, da werden die Bäume quasi wirklich hohl von innen. Die sehen dann aus wie Rohre. Ja. So, und dann haben wir das Ganze, nochmal eine kleine Geschichte daran. Dann haben wir das Ganze nochmal an Non-Foil. Aber, ähm, ja, die hier, äh, gerade solche, ne? Die sehen voll natürlich tausendmal geil aus. Gut, so, das ist die Geschichte. Ähm, wir gehen an die Booster, würde ich sagen, ne? Also die Rare gefällt mir schon mal gut. Wenn ich in den Spielen so würfel wie jetzt gerade, bin ich auch zufrieden. Und wir legen los. Booster 1. Dungeons & Dragons Needs Magic. Richtig geil. So, und das sah schon mal richtig gut aus. Wir fangen aber natürlich vorne an. Ähm, Augen des Betrachters. Ein Spontanzauber, doppelschwarz und vier beliebige. Eine Kreatur, dann war der minus elf, minus elf bis zum Ende des Zuges. Ja, für sechs mal eben minus elf, minus elf. Alles klar. Dann haben wir den Streitkolben. Plus zwei Streitkolben. Ähm, kostet ein weißes und beliebiges Artefaktausrüstung. Die ausgerüstete Kreatur hält plus zwei, plus zwei ausrüsten. Drei. Jawohl. Und ihr merkt, das ist auch halt, ne? Plus zwei. Also quasi so, wie wenn ihr euch einen Charakter zusammenstellt bei einem Rollenspiel. Das ist richtig cool. Raffinierter Beschwörer haben wir als nächstes. Kreatur, Gnom, Zauberer. Zwo, drei. Für zwei beliebigen, ein Blaus. Magierhand können wir tappen. Enttappe eine bleibende Karte, deine Wahl. Die nicht raffinierter Beschwörer heißt, aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei. Jo, alles klar. Dann haben wir Wagemut-Sänger. Zwei beliebige, ein rotes 2-3-Kreatur. Tiefling, Barde. Ähm, was hat denn er in der Hand? Das sah erst aus, als hätte er ein Herz in der Hand. Okay, das ist es wohl dann doch nicht. Ähm, Kampfinspiration. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug erhält eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Plus eins, plus null bis zum Ende des Zus. Aha, auch nett. Dann haben wir eine Eidechse. Schuppige Kräuterkundlerin. Ja, schuppig ist sie, ne? Hat die Taschen rum? Erstmal wieder schön die Artworks begutachten hier. Eins, drei, vier, zwei. Meine Einser davon muss grün sein. Äh, Kreatur Eidechse. Droide tappen. Du kannst eine Länderkarte aus deiner Hand ins Spiel bringen. Oh, das ist schön. Das ist auch eine schöne Karte für eine Kamme, ne? Dann haben wir Wendung der Schicksale. Zwei, eins davon muss schwarz sein. Äh, Hexerei. Bringe bis zu einer Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Wage dich ins Gewölbe. Ah, da haben wir es. Betritt den ersten Raum oder rücke in den nächsten Raum vor. Ne? Das ist die Geschichte. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel die Karte hätten, das Verlies des Wahnsinnigen Magiers und wäre noch nirgendwo, dann würden wir jetzt hier in das Erste reingehen. Das heißt, das wäre das gehende Portal. Ähm, du erhältst einen Lebenspunkt dazu. Jo, dann haben wir hier, wenn wir im zweiten schon ständen, ähm, dann hätten wir jetzt die Auswahl. Da können wir entweder in, äh, in den Goblin-Bazaar gehen oder in die verdrehten Höhlen. Und das finde ich ziemlich cool. Muss ich wirklich sagen. Dann kann man halt, ähm, ne? Man latscht da quasi rein. Dann haut man da einfach einen Token drauf. Ich sag mal jetzt irgendwie etwas übertrieben ist, dass hier die Würfel... So, wir sind halt in dem Dungeon. Beim nächsten Mal weiß man dann Bescheid. Okay, ähm, wenn da wieder so eine Karte mit dem Effekt kommt, dann kommen wir in die verlorene Ebene und wenden Hälsicht 2 an. Ich finde den Effekt super cool. Bringt mal wieder so ein bisschen extra Spaß ins Spiel. Sehr cool. So, ähm, wie gesagt, das war Wendung der Schicksale. Ist eine Hexerei. So kann man halt auch, ähm, beim Deckbau drauf achten. Wenn man irgendwie weiß, was für Gewölbe man spielt, dass man halt auch so ein passendes... Oder für Sideboard, dass man halt passende Karten fürs Gewölbe dann irgendwie da reinpackt. Auch bei einem neuen Aspekt, ne? Sehr cool. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und gibt auch diesen, ähm, diesen Effekt, ähm, das Gefühl von, äh, den, äh, ja, Pen & Paper-Spielen so ein bisschen wieder, ne? Oder von Dungeon-Crawlern oder so, ne? Wenn er... Ist ja im Moment schwer im Kommen. Auch, ähm, Brettspiele. Sprich, also so Dungeon-Crawler, wo man sich halt irgendwie durch Dungeons, also durch so Kammern und Gewölbe schlagen muss. Und, ähm, das in Brettspielformen, aber mit schönen Minis. Das ist ja auch so eine Verschmelzung zwischen Brettspiel und Tabletop, weil die kosten auch meistens so ein Hunni mittlerweile und da sind dann aber wirklich richtig feine, geile Miniatur noch dabei. Und, ja, das ist halt auch, ne? Da gibt's auch so ein ganz eigenes, äh, eigenes Genre Dungeon-Crawler. Wer da Bock drauf hat, kann da gerne mal gucken. Äh, das gibt es wirklich in Hülle und Fülle. Gebt einfach mal Dungeon-Crawler ein, Brettspiel-Dungeon-Crawler oder Boardgame-Dungeon-Crawler bei einer Suchmaschine eurer Wahl, dann findet ihr bestimmt was. So, ich quatsch aber schon wieder, weil das Thema ist einfach geil, ne? Ihr wisst ja so Spiele und Spielereien. Vor allen Dingen, wenn es dann Tabletop-Karten und Brettspiele noch irgendwie so vereint, das ist doch schon, ne? Ein Träumscher. So, wir machen weiter mit dem Schreckenswolf-Streuner. Ein Wolf, wer hätte das gedacht? Der hat sich hier auch gleich an den Hirsch vergangen. Also, ähm, zum Essen. 2-2 für 3-Mann-A-1 muss grün sein. Kreatur Wolf, wie gesagt, äh, ein beliebiges können wir bezahlen. Ein grün ist der Schreckenswolf-Streuner. Erhält plus 2, plus 2 und eile bis zum Ende des Zuges. Aktiviere diese Fähigkeit nur einmal pro Zug. Jo. So, da haben wir das, das habe ich eben noch angesprochen. Und zwar sind das, ähm, wenn ich das richtig gehört habe, ne? Ich habe das ja immer um drei Ecken. Äh, sind das die, oder ich weiß, ich habe es sogar irgendwo gelesen. Die Artworks aus den alten Regelbüchern. Ne? Also, sprich, die haben sie einfach mal reingepackt, so wie das früher wirklich in den Dungeons & Dragons-Regelbüchern drin stand. Auch cool, ne? Old School. Gut, ja, D&D gibt es auch schon seit Ewigkeiten. Äh, Doppelgrün, drei beliebige. Wir haben den Eulenbär-Kreatur Vogelbär. 4-4, verursacht Trampeschaben. Äh, Schaden, nicht Schaben. Scharfe Sinne, wenn der Eulenbär ins Spiel kommt, ziehe eine Karte. Ja, das, wie gesagt, sind diese Retro-Artworks. Huch, ha, Intellektverschlingen. Ja, das ist meines Erachtens nach schon viel zu vielen Leuten da draußen passiert heutzutage. Ähm, für ein schwarzes Hexerei. Ein Gegner deiner Wahl wirft eine Karte ab. Falls Mana von einem Schatz ausgegeben wurde, um diesen Zauberspruch zu wirken, zeigt jener Spieler stattdessen die Karte auf seiner Hand offen vor. Du bestimmst davon eine Nicht-Land-Karte, dann wirft der Spieler die bestimmte Karte ab. Okay. Das Bild ist ja immer wieder geil, ne? Sehr cool. Ein Gehirn auf Beinen. Wie süß. Sehr geil. Hortender Oger. Ja, passend dazu, dass ich irgendwie im Tabletop-Bereich, gerade bei Kings of War, mit den Ogern anfange, haben wir hier einen hortenden Oger. Es ist schön, wenn alles so irgendwie, ne? So harmonisch zusammen verläuft im Hobby ein Träumchen. So. Drei beliebige, ein rotes 3-3, kreatur Oger. Und wir haben auch wieder hier eine W20-Karte. Immer, wenn der hortende Oger angreift, würfle ein W20. Eins bis neun erzeugen einen Schatzspielstein. Und wer das nicht mehr weiß, was das ist, er ist ein Artefakt mit Opferin des Artefakts erzeugen einen Mana einer beliebigen Farbe. So. Zehn bis neunzehn erzeugen zwei Schatzspielsteine. Und bei zwanzig erzeugen drei Schatzspielsteine. Alles klar. Also er generiert Schätze, deswegen er hortet auch so ein kleiner Oger-Messi quasi. Dann haben wir das Rostmonster. Kreatur Bestie für zwei beliebige, ein rotes 2-1 mit Erstschlag. Opfer ein Artefakt, das Rostmonster hält, plus zwei, plus null bis zum Ende des Zus. Jawohl. Dann haben wir noch den Goblin Morgenstern. Artefakt-Ausrüstung für zwei, eins davon muss so rot sein. Interessant. Er macht erstmal ein Nickerchen, lässt den Morgenstern da rumliegen. Die ausgerüstete Kreatur hält, plus eins, plus null verursacht, Trampelschaden ausrüsten, kosten beliebiges und rotes. Wenn der Goblin Morgenstern ins Spiel kommt, also ins Spiel, würfle einen W20, 1-9 erzeuge einen 1-1 roten Goblin-Kreaturen-Spielstein, 10-20 erzeuge einen roten Goblin-Kreaturen-Spielstein und lege den Goblin Morgenstern dann an ihn ein. Ja, das ist doch auch mal cool, ne? Vor allen Dingen 10-20. Das kriegen wir schnell hin. Da haben wir schon die 10. Zack. Das wird meine Edition, ich sag's euch. So, weiter geht's mit dem widerwärtigen Troll. Er hat eine lange Nase. Doppelgrün, 3-beliebige, 6-2-Kreatur-Troll. Widerwärtiger Troll. 3-beliebige, ein Grünes können wir bezahlen. Würfle einen W20. Aktiviere diese Fähigkeit nur, falls der widerwärtige Troll in deinem Friedhof ist. Ah, okay. 1-9. Lege den widerwärtigen Troll oben auf deine Bibliothek. 10-19 bringe den widerwärtigen Troll direkt auf deine Hand zurück. Ich hab ne Vision, was bei 20 kommt. 20 bringe den widerwärtigen Troll getappt ins Spiel zurück. Okay, ich hätte jetzt nur auf ins Spiel zurück getippt, aber getappt ist auch okay. Ne, auch fein. Und unsere Rare ist Hüter des Glaubens. Doppelschwarzer, genau, ein Doppelschwarzer, das war die falsche Glaubensrichtung. Doppelweiß, ein beliebiges, 3-2-Kreatur-Geist-Ritter. Mit Aufblitzen und Wachsamkeit. Wenn der Hüter des Glaubens ins Spiel kommt, destabilisiert sich eine beliebige Anzahl an Kreaturen deiner Wahl, die du kontrollierst. Behandle sie und alles, was an sie angelegt ist, bis zu Beginn deines nächsten Zuges, als würden sie nicht existieren. Destabilisieren. Das gab es doch ganz früher mal. Das ist ja cool, dass das wieder da ist. Verrückt. Also eigentlich ist es nicht so cool. Das ist manchmal ganz schön nervig, aber interessant, das wiederzusehen auf jeden Fall. Dann haben wir einen Sumpf. Okay. Ja, warum auch nicht. Und dann haben wir, ah, die verlorene Mine von Faldelva. Also haben wir ja schon in groß, aber die gibt es auch noch mal in klein. Und auf der Rückseite, oh, das ist ja mal ein geiles Artwork. Haben wir das, ähm, ein Skelett-Kreaturen-Spielstein. So wie der aussieht und die Farbgebung erinnert mich gerade extremst an Rune Wars, wo ich ja auch fleißig am Pinseln bin, immer zwischendurch. Ähm, ja. Ihr merkt schon, also für alle, die nur Karten spielen, ihr könnt auch getrost noch irgendwie nebenbei einen Tabletop anfangen oder so. Das ist alles wunderbar miteinander vereinbar. Ihr braucht nur ein bisschen Zeit und vielleicht auch einen Euro mehr an die Seite legen. Also öfter mal weniger essen gehen oder so. Und, ähm, ja. Aber es macht Laune. Da haben wir das Skelett wieder. So, weiter geht's. Nächstes Booster und tatsächlich erst das zweite. Und ich quatsche schon über 20 Minuten. Schande über mich. Ich hoffe, ihr habt Zeit und Lust mitgebracht. Ich hab nämlich echt Bock hier drauf. Dann haben wir den Schockgriff. Äh, zwei Mana. Eins davon muss blau sein. Spontan Zauber. Eine Kreatur, deine Wahl, hält minus zwei, äh, ja, minus zwei, minus null bis zum Ende des Zuges. Und ziehe eine Karte. Metallrüstung, schlechte Wahl. Flufftext auch immer ganz lustig. Stiefel der Geschwindigkeit. Artefakt Ausrüstung für ein rotes. Die ausgerüstete Kreatur hat plus eins, plus null und hat Eile. Immer gut. Ausrüsten kostet, ähm, ein beliebiges. Jo. Weiter geht's mit Stärke des Stiers. Zwei Mana. Ein Lebenspunkt. Alles klar. Alles klar. Dann haben wir den Halb-Elch-Mönch. Für drei Mana beliebig und ein weißes, also insgesamt vier. Eins, vier. Weiße Kreatur. Mensch, elf, Mönch. Wachsamkeit und betäubender Schlag hat da. Ein beliebiges und ein weißes Tappen. Tappe eine Kreatur deiner Wahl. Ah, okay. Das ist doch ganz nett. Dann haben wir u-cooles Artwork. Verriegeln des Tores. Zwei beliebige, ein blaues Spontanzauber. Neutralisiere einen Kreatur. Oder Plainswalker, Zauber deiner Wahl. Waage dich ins Gewölbe. Jawohl. Das ist ne. Da kann man auch dann wieder schön nützlicher Effekt kombiniert mit Zugang zu einem Gewölbe. Sehr cool. Dann haben wir wieder Intellektverschlingen. Ich finde das Artwork. Also bis jetzt. Ich habe ja immer so eine Karte des Sets oder der Edition. Eigentlich vom Namen her. Aber vom Artwork her würde ich jetzt sagen, Intellektverschlingen ist definitiv schon mal ganz weit vorne. Und der Kollege ist natürlich auch richtig gut. Es ist der unheilvolle Betrachter. Vierbeliebige, doppelschwarz, also nicht gerade günstig. Sechs, fünf. Kreaturbetrachter. Ja, der sieht wahrscheinlich so einiges mit seinen Augen. Außerdem kann er anscheinend hier noch raus schießen aus den Augen. Wenn der unheilvolle Betrachter ins Spiel kommt, bestimme eines. Anti-Magie-Kegel. Jeder Gegner opfert eine Verzauberung. Oh, interessant. Oder Furchtstrahl. Jawohl. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten Bedrohlichkeit bis zum Ende des Zuges. Bedrohlichkeit für die, die neu dabei sind. Eine Kreatur. Bedrohlichkeit kann nicht geblockt werden, außer von zwei oder mehr Kreaturen. Interessant. Geiles Artwork auch. Dann haben wir Improvisierte Bewaffnung. Zwei-Beliebige, ein rotes Hexauerei. Ebenfalls in rot. Die improvisierte Bewaffnung fügt einem Ziel, denn er war zwei Schadenspunkte zu. Erzeuge einen Schatzspielstein. Er ist auf... Er ist einer... Achso, das hatten wir schon. Blödsinn. Schatz, ne? Wisst ihr, ist ein Artefaktappen. Opfern Mana einer beliebigen Farbe generieren. Da muss ich jetzt aber gleich mal aufs Artwork gucken. Das ist ja cool. Yuan T. Giftklinge. Zwei-Beliebige, ein schwarzes. Ich dachte, ich hätte mich verguckt bei der Zunge. 2-2. Für zwei-Beliebige und ein schwarzes. Wie gesagt, Kreatur. Office Räuber. Also, ne? Deswegen, die Zunge, die ist so gewollt. Also, der Typ dürfte voll der Frauenheld sein. Das ist jetzt wieder sexistisch hier. Darf ich nicht sagen. Aus. Todesberührung hat er. Immer, wenn die Yuan T. Giftklinge einen Spieler Kampfschaden zufügt, wage dich ins Gewölbe. Betritt den Rest den Raum oder rück in den nächsten vor. Also, wieder jemand, der einen ins Gewölbe schickt. Das ist sehr, sehr cool. Täuschungsbestie. Uh, Fehler in der Matrix. Ihr seht, das sieht man alles ein bisschen doppelt. 3-2 für drei Mana. Eins davon muss blau sein. Kreatur, Katze, Bestie. Wenn die Täuschungsbestie ins Spiel kommt, wage dich ins Gewölbe. Ja, schön. Täuschung für vier. Eins davon muss blau sein. Bringe die Täuschungsbestie auf die Hand ihres Besitzers zurück. Okay. Dann haben wir Fänge des Demogorgons. Zwei beliebige, ein schwarzes, eine Hexerei. Ein Gegner deiner Wahl wirft zwei Karten ab. Milt zwei Karten. Also, sprich, von der Bibliothek oben runternehmen und in den Friedhof legen. Und verliert zwei Lebenspunkte. Achso, da steht es auch nochmal erklärt. Für die, die das noch nicht kennen. Kommt vom Millstone, also vom Mühlstein damals. Halt, das sind die berühmten Mühleffekte oder Mühldecks, die es dann da gibt. Wo halt Karten von der Bibliothek in den Friedhof geschaufelt werden beim Gegner. So, dass der irgendwann ziehen sollte und nicht mehr kann und dann verliert. So, dann haben wir noch Faridee Auserwählte des Teufels. Oh, das ist aber ein hoher Titel, ne? In Blau und Rot. Da hätte ich jetzt auf Blau und Schwarz mal getippt, ne? Aber nö. 3-3 für zwei beliebige, ein blaues und ein rotes. Legendäre Kreatur Tiefling Hexenmeister. Legendäre Kreatur, auch mal wieder Kommandatauglich, ne? Schicksal des dunklen Meisters. Immer wenn du ein oder mehrere Würfel würfelst, erhält Faridee Auserwählte des Teufels Flugfähigkeit und Bedrohlichkeit bis zum Ende des Zuges. Falls eines der Ereignisse 10 oder höher war, ziehe eine Karte. Hm, okay. Okay, okay, okay. Das ist interessant. Auch mit, ne? Ereignisse höher als 10. Alles klar? Cool. So, dann haben wir die Schatztruhe. Und irgendwie deucht es mich, als wäre das die Truhe, die wir schon als Boxtopper quasi gekriegt haben. Ähm, ja. Ja. Ist quasi genau das gleiche wie unsere Rare, die wir als Rare zu dem Bundle gekriegt haben. Why not? Ich finde die Karte ziemlich cool, muss ich sagen. Gerade ein Tutor auf die 20 kann man immer mal gebrauchen, ne? Finde ich gut. So, dann haben wir wieder eine Landkarte, hier so ein Gebührige. Und dann haben wir natürlich wieder eine, äh, ein Gewölbe. Und da haben wir aber schon wieder die verloren Mine von, wie heißt der gute? Fandelpha, würde ich sagen, mit PH, ne? Wie Philadelphia. So, nächstes Boosterchen am Start. Und, ja. Echt, bis jetzt lustig, ne? Also ich finde so, wie gesagt, viele sagen ja immer, ne, Würfelwurf oder Münzwurf, das hat hier nichts zu suchen. Das ist viel zu zufallsabhängig, bla bla bla. Ähm, aber so eine Edition passt es einfach rein. Und ich spiele das super gerne. Ich meine, beim Tabletop würfelt man ja auch die ganze Zeit, ob die Jungs jetzt treffen oder nicht, deswegen. So, Duell-Rapier. Für ein rotes Artefakt Ausrüstung mit Aufblitzen. Äh, wenn das Duell-Rapier ins Spiel kommt, lege es an eine Kreatur deiner Wahl an, die du kontrollierst. Ausgerüstete Kreatur hat plus zwei, plus null. Ausrüsten kostet schlanke vier beliebige Mana. Beute der Jagd, ein grüner spontan Zauber, zweibeliebiger ein grünes, eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Der hält für jedes Mana von einem Schatz, das ausgegeben wurde, um diesen Zauberspruch zu wirken, plus eins, plus null bis zum Ende des Zus. Ja, also, wenn das vom Schatz kommt, das Mana, das kommt öfter, der Trigger hier. Dann fügt sie eine Kreatur deiner Wahl, die dein Gegner kontrolliert, Schadenspunkt in Höhe ihrer Stärke zu. Jawohl. Dann haben wir Herold von Hada, Kreatur, Mensch, Hexenmeister, vier, vier, für fünf Mana, eins muss schwarz sein. Todeskreis, fünf beliebige, ein schwarzes, also insgesamt sechs. Für sechs können wir uns einen Würfelwurf mit einem W20 kaufen. Und wenn wir dann würfeln, eins bis neun, jeder Gegner verliert zwei Lebenspunkte, ne, auch fürs Multiplayer ganz interessant. Zehn bis neunzehn, jeder Gegner verliert zwei Lebenspunkte, du hältst zwei Lebenspunkte dazu. Und zwanzig, jeder Gegner verliert zwei Lebenspunkte und du hältst zwei Lebenspunkte dazu. Erzeuge zwei Schatzspielsteine, auch noch gratis dazu. Okay, ja, kann man machen, wenn man so ein bisschen der Gambler ist, ne. So, dann haben wir Treuer Paladin, vier beliebige, ein weißes, vier, vier, Kreatur Org, Ritter Org. Die Urteitsache, wenn man näher dran geht, dann sieht es, es ist grün. Leuchtfeuer der Hoffnung, wenn der Treuer Paladin ins Spiel kommt, erhalten Kreaturen, die du kontrollierst, plus eins, plus eins, zum Wachsamkeit bis zum Ende des Zuhues. Okay, hätte ich jetzt glatt übersehen, vielleicht nachher beim Sortieren oder so, dass das tatsächlich grün ist, die gute Kreatur. Also, ne, das Gesicht. Magischer Schlaf, Doppelblau, ein beliebiges Verzauberung, Aura, verzauberte eine Kreatur. Wenn der magische Schlaf ins Spiel kommt, tappe die verzauberte Kreatur. Die verzauberte Kreatur enttappt nicht während des Endtap-Segments ihres Beherrschers. Ja, eine typische Blaukarte. Ihr kommt an einen Fluss. Jawohl, ne, also hier auch so schöne Phrasen und Redewendungen aus den Spielen, also aus den Pen-and-Paper-Spielen. Das ist ja immer, ihr geht in eine Höhle, ihr guckt nach rechts, ihr seht eine Truhe, möchtet ihr sie öffnen, bla bla bla. Würfelt das und das passiert, ne. Also halt, haben sie wirklich schön hier eingebaut mittlerweile, äh, insgesamt. Und mittlerweile gefällt mir das echt noch besser, als ich dachte, wie die das so gemacht haben. Gerade mit den Würfelwürfen, ich hatte gehofft, dass das oft kommt. Und mit den Gewölben, und das tut es wirklich, und das finde ich echt gut. So, weiter geht's. Wie gesagt, ihr kommt an einen Fluss. Spontan zaubern, blau, zwei Mana, eins davon muss blau sein. Wir bestimmen eines. Entweder gegen die Strömung ankämpfen, bringen eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, auf die Hand ihres Besitzers zurück, oder eine Furt finden. Eine Kreatur deiner Wahl erhält plus eins, plus null bis zum Ende des Zuges und kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Okay, also entweder oder, ne, nicht beides. Dann haben wir Totstellen. Interessantes Artwork auch. Bis zum Ende des Zuges erhält eine Kreatur deiner Wahl, wenn diese Kreatur stirbt, bringen sie unter Kontrolle ihres Besitzers getappt und mit einer plus eins, plus eins Marke ins Spiel zurück. Uh, das ist cool. Ist ein Spontanzauber übrigens für ein Schwarzes. Also das ist eine nette Kammer, die gefällt mir gut. Dann haben wir ein schönes Artwork hier, ne, sehr geil gezeichnet. Niewinta Dryade. Jawohl. Artist ist Donato Giancola, okay. Kreatur Dryade, wie gesagt, 1-1 für ein grünes. Wir können zwei beliebige Zahlen opfere die Niewinta Dryade. Durchsuche deine Bibliothek nach einer Waldstandardlandkarte, bringe sie getappt ins Spiel und mische danach. Oh, das ist schön, ne, das ist doch nett. Auch wenn wir sie opfern müssen, aber sonst ganz cool. Äh, sich entfaltende Wildnis. Oh, schön. Tappen Opfere die sich entfaltende Wildnis. Durchsuche deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte, bringe sie getappt ins Spiel und mische danach. Jawohl, die haben wir doch auch schon mal zu Gesicht bekommen, ne. Oh, den Flufftext müssen wir lesen, wenn da so viel Arsch steht. Das ist, das sieht aus wie das böse Tentakel, unglaublich. Äh, lauernder Seiler. Zwei beliebige, ein grünes Kreaturschrecken. Der lauernde Seiler enttappt nicht, wenn es das Enttappe-Segment ist. Immer wenn du Lebenspunkte dazu hältst, enttappe den lauernden Seiler. Uh, okay. Da muss man halt ein Live-Game irgendwie kriegen. Ähm, 4-5 hat er. Ähm, ja. Du weißt es, äh, du weißt Stalaktiten wachsen von der Decke her runter, während Stalagmiten vom A. Okay, alles klar. Da wollte wohl einer klug scheißen und hat das dann wohl mit seinem Leben bezahlt. Auch sehr cooles Artwork. Also vom Artwork her gefällt mir das bis jetzt am besten, ne. Das passt hier so richtig schön in die D&D-Edition rein. Das finde ich geil. Lauernder Seiler. Ja, definitiv. Sehr cool. So, dann wähle deine Waffe. Zwei beliebige, ein grünes Spontanzau. Aber ein grün, bestimme eines. Kampf mit zwei Waffen. Verdopple bis zum Ende des Zuges Stärke und Widerstandskraft einer Kreatur deiner Wahl. So. Sprich, ich muss noch niemals die eigene sein. Das ist cool. Ich musste das nur gerade nochmal lesen. Verdopple bis zum Ende. Ja, das ist cool. Oder Bogenschießen. Dieser Zauberspruch fügt einer fliegenden Kreatur deiner Wahl fünf Schadenspunkte zu. Okay, alles klar. Schick, 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 schick. So, dann haben wir auch den Klostergargoyl. Zwei beliebige, ein weißes Artefaktkreatur. Gargoyl 04. Wenn der Klostergargoyl ins Spiel kommt, wage dich ins Gewölbe. Jawohl. Solange du ein Gewölbe, äh, solange du ein Gewölbe absolviert hast, erhält der Klostergargoyl plus drei plus null und hat Flugfähigkeit. Okay. Interessant. Jo, schön, dass das mit dem Kloster, äh, mit dem, genau, mit dem Kloster, was mit dem Gewölbe, dass da so schön viel Interaktion stattfindet. So. Dann haben wir eine legendäre Kreatur. Oh je, ich kann schon wieder nicht mehr sprechen hier. Und zwar ein Elf-Waldläufer. Es ist Drist-Do-Urden oder Do-Urden. Man weiß nicht, wie man es ausspricht. Drei, drei hat er. Drei beliebige, ein grünes und ein weißes kostet er. Ein Doppelschlag, schon mal sehr geil. Wenn Drist-Do-Urden ins Spiel kommt, erzeuge Gwennuva einen legendären 4-1-grünen Katze-Kreaturen-Spielstern, der Tramp-Schein verursacht. Immer wenn eine Kreatur stirbt und falls ihre Stärke größer war als die von Drist, lege so viele plus eins plus eins Banken auf Drist, wie die Differenz beträgt. Ah, okay. Auch nicht schlecht, ne? Okay, dann haben wir eine Voll. Aber eine Vollkommen. Es ist ein Luftkult-Elementat. Ein Doppelblau, vier beliebige 2-4, fliegend Wirbelwind. Wenn der Luftkult-Elementat ins Spiel kommt, bringe bis zu einer anderen Kreatur deiner Wahl auf die Hand ihres Besitzers zurück. Jo, es ist blau, ne? Man merkt's. Dann haben wir eine Ebene als Standardland und dann haben wir, also ist auch, ja, Gwennuva, Gwennuva. Verursacht Ramp-Schaden 4-1, ne? Legendäre Spielstern-Kreatur, Mieze-Katze. Jawohl. So wird's gemacht. Ja, feine Sache das. Interessante Karten drin. Ich frage mich, ähm, ob da auch so richtig, also quasi würfelt auf Initiative, jawohl, ähm, ob da so wirklich starke Turnierkarten mit bei sind oder ob das jetzt mehr so eine Edition ist, für die wirklich halt Bock haben auf Spielen und Würfeln. Es ist aber eine Standardlegale Edition, wie ich gelesen hab, also sollten da auch ein paar competitive Karten drin sein, krass. Okay, also das find ich echt mal super cool, das Crossover, muss ich sagen. So, Faridys Feuerball, Doppelrot, 3 beliebige, spontan, sauber. Faridys Feuerball fügt er einer Kreatur oder ein Plainsmock hat einer bei 5 Schadenspunkte zu. Würfler ein W20, Aul. 1 bis 9, Faridys Feuerball fügt jedem Spieler 2 Schadenspunkte zu und 10 bis 20, ähm, ah, bei 1 bis 9 fügt er jedem Spieler 2 Schadenspunkte zu und bei 10 bis 20 jedem Gegner. Ah, da ist der Fall noch Unterschied. Wollte ich gerade sagen, was ist das Gleiche? Nee, ist es nicht. So, weiter geht es mit Hügelriese Herdenverschlinger. Ja, und der knuspert sich hier die Schafe und Ziegen weg. 7,6 für 6 Mana, 2 davon müssen grün sein. Wenn der Hügelriese Herdenverschlinger ins Spiel kommt, erhältst du 3 Lebenspunkte dazu. Jo, dicker, fetter Kollege, ne? So, da haben wir die Horträuberin und zwar, ähm, ein Tiefling Räuber. 1,3 für 2 Mana, 1 davon muss schwarz sein. Immer wenn die Horträuberin einem Spieler Kampfschaden zufügt, erzeuge einen Schatzspielstein. Ah, okay, ja, die sieht doch schon aus, als wäre sie bei Smoke in der Höhle. Ne, also das Artwork ist dann schon so ein bisschen, ne? Ja, aber Drachen und Gold, ihr kennt das ja. Das gibt's nicht nur bei Herr der Ringe. Ähm, Fackel des Forschers. 2 Mana, 1 davon muss weiß sein. Artefakt Ausrüstung. Die ausgerüstete Kreatur hält plus 1, plus 1. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, wage dich ins Gewölbe. Jawohl. Ausrüsten kostet 3. Luftkult Elementar haben wir eben schon mal irgendwo gesehen, ne? Diesmal in Non-Fall. Dann haben wir unerwarteter Gewinn, ja, da warte ich auch noch drauf. Ähm, 2 rote, äh, 2 beliebige, also insgesamt 4. Spontan Zauber in Rot auch. Wirf als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wählen, eine Karte ab. Ziehe 2 Karten und erzeuge 2 Schatzspielsteile. Äh, hä. Dann haben wir noch den plündernden Barbar. 2, 2 für 3 Mana, 1 davon musst du rot sein, Kreatur, Zwerg, Barbar. Wenn der plündernde Barbar ins Spiel kommt, bestimme eines. Entweder die Truhe zerschmettern. Ja, genau, was willst du mit der Truhe machen? Ähm, zerstöre ein Artefakt deiner Wahl. Oder sie aufbrechen, erzeuge einen Schatzspielstein. Jawohl. Cool umgesetzt, wie gesagt. Dann haben wir nochmal den Eulenbär. Ah, das ist das reguläre Artwork jetzt hier vom Eulenbär, ne? Eben mal dieses Retro-Rulebook-Artwork. Hier ist der normale Eulenbär, 4, 4. 5 Mana, muss halt doppelt grün dabei sein. Äh, verursacht Trampelschaden und scharfe Sinne. Wenn er reinkommt, ziehen wir eine Karte. Okay. Auch interessant dargestellt. Und da kommt auch diese, diese Mischmasch aus Bär und, ähm, Eule sehr gut zum Tragen. Also, ne, optisch. So, dann haben wir ihr geratenet einen Hinterhalt. Oh, ja. Äh, ein Spontanzauber für einen. Weißt du, das bestimme einen, das ist Rückzug antreten. Also, das ist ja meistens so, was wollt ihr tun? Ehe, entweder einen Rückzug antreten oder angreifen oder verhandeln oder weißt du, was man einmal machen kann. Und, ähm, das kommt hier auch wirklich gut rüber. Ähm, Rückzug antreten. Bringe eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, auf die Hand ihres Besitzes zurück. Oder zur Wehr setzen. Eine Kreatur deiner Wahl erhält plus 1, plus 3 bis zum Ende des Zuges. Ja, cool. Schick, schick. Du hörst ein Geräusch. Oh, oh. Ähm, zwei Mana 1 muss weiß sein. Ihr merkt, ich hab ja irgendwie, ja, infantilen Spaß an der Edition. Irgendwie macht das wirklich Laune. Äh, bestimme eines. Die Gruppe wecken. Kreaturen, die du kontrollierst, seien plus 1, plus 1 bis zum Ende des Zuges. Oder Fallen auslösen. Dieser Zauberspruch fügt einer angreifenden Kreatur deiner Wahl fünf Schadenspunkte zu. Oh, oh. Dann haben wir auch Fallen prüfen. Ja, das ist natürlich viel praktischer. Ähm, eine Hexerei in schwarz für zwei. Mana 1 davon muss auch schwarz sein. Ein Gegner deiner Wahl zeigt die Karten auf seiner Hand offen vor. Mhm. Das macht der Gegner normal nicht gerne. Du bestimmst davon eine Nicht-Land-Karte. Schicke die bestimmte Karte ins Exil. Falls auf diese Weise eine Spontanzauberkarte oder eine Karte mit Aufblitzen ins Exil geschickt wurde, verliert der Gegner einen Lebenspunkt. Andernfalls verlierst du einen Lebenspunkt. Ah, okay. Ganz ruhig, ich bin ein Profi. Ja, genau. Einmal mit Profis arbeiten. Wunderbar. So, brennende Hände. Interessant. Zwei Mana 1 davon muss rot sein. Spontanzauber. Die brennenden Hände fügen einer Kreatur deiner Wahl oder einem Plänzbocker deiner Wahl zwei Schadenspunkte zu. Falls jene bleibende Karte grün ist, fügt ihr die brennenden Hände stattdessen sechs Schadenspunkte zu. Yo. Dann haben wir noch, jawohl, ein Drache. Jawohl. Erstmal Artwork gucken, ne? Kreatur Drache. Und zwar ist es der schwarze Drache. Doppelschwarz, fünfbeliebige, 4-4. Ui, für sieben. Da muss ja jetzt was kommen. Fliegend. Wer hätte das gedacht? Säure Odem. Wenn der schwarze Drache ins Spiel kommt, erhält eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert. Minus drei, minus drei bis zum Ende des Zuges. Okay. Sieben sah ganz schön knackig an Kosten. Oh, wir haben die Mythic gezogen. Und zwar den Demi Leech. Jawohl. In Blau. Ja. Die Kosten sind natürlich pervers. Es sei denn, man spielt Monoblau. Vierfach Blau hätte der Herr gerne, um auf den Tisch zu kommen. Ist ein Kreaturskelett Zauberer. 4-3. Dieser Zauberspruch kostet bei Wegen für jeden spontanen Zauber und jede Hexerei, den bzw. die du in diesem Zug gewirkt hast, ein Blaus weniger. Oh, okay. Das macht die Sache sehr interessant. Immer wenn der Demi Leech angreift, schicke bis zu einem. Eine Spontanzauber- oder Hexerei-Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Exil. Kopiere sie. Du kannst die Kopie wirken. Hm. Du kannst den Demi Leech aus deinem Friedhof wirken, indem du zusätzlich zu seinen anderen Kosten vier Spontanzauber und oder Hexerei-Karten aus deinem Friedhof ins Exil schickst. Ui. Also der Typ ist mal krass, muss ich sagen. Und ich bin ja kein Blau-Spieler, aber das ist eine schöne Karte in Blau, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Vier 3 hat er. Und ja, die ganzen Effekte sind auf alle Fälle sehr geil. Coole Karte, gefällt mir sehr gut. Definitiv. Schön. Schön, schön. So, passend dazu haben wir natürlich dann auch gleich eine Insel gezogen. Und einen Schatz. Das ist hier der berühmte Schatz-Artefakt-Spielstein. Tappen ist ein Artefakt, wie gesagt. Und dann gibt es mal eine allerbeliebigen Farbe. Ja, coole Sache. Also das war mal eine schöne Karte, würde ich sagen. Eine Mythic-Check schon mal hier. Im Bundle ist das ja quasi Pflicht, eine Mythic rauszuziehen. Vielleicht finden wir sogar noch eine. Wer weiß, wer weiß. So, weiter geht's mit Langbogen des Waldläufers. Ausrüstung. Äh, wackel durch die Gegend. Soll ich die Karte auch mal ruhig halten, ne? Artefakt-Ausrüstung. Für zwei, eins davon muss grün sein. Die ausgerüstete Kreatur erhält plus zwei, plus eins und Reichweite. Jawohl, das ist schön. Ausrüsten kostet drei. Joa, ne? Angeheuerte Fluchklinge. Die kennen wir schon, ne? Äh, jetzt muss ich aufräumieren. Schild des Paladins. Ja, dann hat er sein Schild poliert und die Rüstung. Junge, Junge. Artefakt-Ausrüstung. Aufblitzen. Ja, das blitzt auch. Für zwei, Mana, eins davon muss weiß sein. Wenn der Schild des Paladins ins Spiel kommt, lege ihn an eine Kreatur deiner Wahl an, die du kontrollierst. Die ausgerüstete Kreatur hat plus null, plus zwei. Ja, Schild halt, ne? Und ausrüsten kostet drei. Weiter geht's mit der Seelendolch-Spionen. Zwei Mana in beliebiger Farbe. Ein Blaues kostet der Spaß. Drei, zwei. Kreatur elf Räuber. Immer wenn die Seelendolch-Spionin einem Spieler Kampfschaden zufügt, ziehe eine Karte. Uh, das ist fein. Für eine Common finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Ähm, Duell-Rape hier haben wir schon gesehen. Dann haben wir den unterreiche Basilisk im Oldschool, äh, Oldschool, genau. Oldschool, äh, Rulebook-Artwork. Eins, zwei. Für zwei Mana, eins davon muss grün sein. Kreatur. Basilisk mit Todesberührung. Todesberührung immer, immer gut. Gut, dann haben wir einen Pegasus. Drei beliebige, ein weißes, kostet Spaß. Zwei, drei. Äh, fliegend. Und zwar ist das das Arborea-Pegasus. Ähm, ja, wie gesagt, fliegend. Das haben Pegasus, Pegasusse, Pegasi. Verdammte Tat, was ist Plural von Pegasus? Man weiß es gar nicht. Aber Pegasusse, das hört sich an wie Kaktusse. So, von Kaktus und Kakteen. Ihr wisst schon. Ne, 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 muss ich mal nachschlagen. Bildungslücke. So, wie gesagt, fliegend. Wenn der, äh, Arborea-Pegasus ins Spiel kommt, erhält eine Kreatur deiner Wahl. Plus eins, plus eins Flugfähigkeit bis zum Ende des Zuges. Jawohl. Dann haben wir Mimik. Eine lustige Truhe mit vielen Augen. Und Zähnen und einer langen Zunge. Das ist quasi die Truhe von Rincewind. Von Discworld nur in der Evil-Version. Äh, zwei beliebige. Ein Artefakt Schatz. Tappenopfer im Mimik. Erzeuge einen Mana einer beliebigen Farbe. Zwei bezahlen. Der Mimik wird bis zum Ende des Zuges zu einem Gestaltwandler, zu einer Gestaltwandler-Artefakt-Kreatur mit Basisstärke und Widerstandskraft 3,3. Cool. Das ist ja lässig. Interessant. Gefällt mir gut. So, ihr gelangt zum Gnolllager. Ja, genau, die Gnolle. Äh, zwei Mana, ein rotes Muster, bei der Spontanzauber. Bestimme eines. Sie einschüchtern. Bis zu zwei Kreaturen deiner Wahl können in diesem Zug nicht blocken. Oder sie abwehren. Eine Kreatur deiner Wahl erhält plus 3, plus 1 bis zum Ende des Zuges. Ja, das ist doch cool, ne? So, dann haben wir den Flimmerhund. Zwei beliebige Mana, ein weißer, also insgesamt 3,1,1 Kreatur. Hund, Doppelschlag. Und der hat teleportieren. Oh, Star Trek geguckt, wa? Drei beliebige, ein weißes. Der Flimmerhund destabilisiert sich. Ach, da haben wir die Nummer wieder. Ne, genau. Dann haben wir erfindungsreiche Schmieden. Und die hat auch einiges niedergeschrieben. Guckt euch mal den Kartentext an. Schauen wir mal. 1,1 für zwei Mana, eins muss weiß sein. Kreatur, Mensch, Handwerker. Wenn die erfindungsreiche Schmiede ins Spiel kommt, schau dir die obersten vier Karten deiner Bibliothek an. Du kannst davon eine Artefaktkarte auf dem Vorzeigen, sie auf die Hand nehmen. Lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deiner Bibliothek. Ja, also gut für Artefakt, ne? Immer wenn ein oder mehrere Artefakte unter deiner Kontrolle ins Spiel kommen, legen wir eine plus-eins-plus-eins-Marke auf die erfindungsreiche Schmiede. Und diese Fähigkeit wird nur einmal pro Zug ausgelöst. Ja, da bleibt dann die Puste weg hier. Ich hätte mich fast verschluckt. Okay, ich wollte gerade sagen, das ist ja geil, wenn man ein Artefaktdeck auch nur mit Artefaktländern spielt und so. Aber wird halt nur einmal pro Zug ausgelöst. Und darüber hinaus habe ich mich dann noch glatt verschluckt. Alles klar. Oh, dann haben wir Trelazara, die Mottänzerin. Auch im Oldschool-Artwork hier. Ein grünes, ein weißes 2-2. Legendäre Kreatur, elf Kleriker. Immer wenn du Lebenspunkte dazu hältst, lege eine plus-eins-plus-eins-Marke auf Trelazara, die Mottänzerin, und wende Hellsicht 1 an. Schwerer Name, schwerer Name. Und Ozzaria ist Droide des Zirkels der Träume für Triplegrün. Kreatur, elf Droide, 2, 1. Tappen erzeuger, ein grünes Marke für jede Kreatur, die du kontrollierst. Uh, den mag ich aber schon, den Wengel. Netter Typ. Eine voll, aber natürlich wieder Kammen. Ihr seht die Wache, die hierher kommen. Ein Blau, spontan sauber für ein Blaues. Bestimme eines, in denen Wachsoldaten ablenken, tappe eine Kreatur deiner Wahl, oder verstecken eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst seit Fluchsicherheit bis zum Ende des Zuges. Jawohl. Dann haben wir noch einen Sumpf. Wo ist der Sumpf? Faszinierend. Sieht irgendwie aus wie so ein Dorfplatz eher, ne? Während ihr durch die Kanalisation balllos... Ach so, ah, Kanalisation. Okay, wenn man das dann Sumpf nennen will. Alles klar. Und dann haben wir Verlies des wahnsinnigen Magiers. Alles klar. Ein Gewölbe. So, weiter geht's. Ihr seht, neue Karten angucken und dabei Dummschnacklager labern. Das dauert im Moment, aber ja. Ich habe da auf alle Fälle richtig Spaß dran. Und wie gesagt, die Edition gefällt mir bis jetzt richtig, richtig gut. So, Droide des Zirkel des Mondes. Jawohl. Zwei beliebige, ein grünes 2-4-Kreatur. Mensch, elf Droide. Bärengestalt. Solange es dein Zug ist, ist der Droide des Zirkels des Mondes ein Bär mit Basisstärke und Widerstandskraft. 4-2. Jo, der, der nachts zum Bär wird. Leichte Parallelen auch wieder zu der Ringe, ne? 2-4 hat er. Herold von Hader, den haben wir schon gesehen, den Lümmel. Ne, wieder Würfel werfen, sehr geil. Dann haben wir winziges Gefängnis. Ja, das sieht echt ein bisschen löd aus, ne? Wenn da werden wir den Hirschkäfern dagegen betrachtet. Zwei beliebige, ein weißes, Verzauberung Aura, verzaubert eine bleibende Karte, die kein Land ist. Die verzauberte, bleibende Karte ist ein Schatzartefakt. Mit Tappen opfere dieses Artefakt, erzeuger man einer beliebigen Farbe und sie verliert alle anderen Fähigkeiten. Uh, falls sie vorher eine Kreatur war, ist sie keine Kreatur mehr. Das ist auch ein bisschen traurig, ne? Dann haben wir den Arkanen Ermittler. Okay. Das ist die Elfenstasi hier. Ein beliebiges und ein blaues. 2-1. Kreatur, elf Zauberer. Durchsuche den Raum. 5-beliebige, ein blaues. Würfel ein W20. Also auch wieder für 6 kaufen, ne? Den Würfelwurf. 1-9 ziehe eine Karte. 10-20 schaue dir die obersten 3 Karten deiner Bibliothek an. Dem eine davon auf deine Hand und lege den Rest in beliebiger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Ja, also wieder ein Tutor, ne? Können wir uns dann auf Hand nehmen. Und dann haben wir den Erdkult Elementar. 4-beliebige, Doppelrot, also insgesamt 6. Er hat auch 6, 6. Kreatur Elementarwesen. Belagerungsmonster. Wenn der Erdkult Elementar im Spiel kommt, Würfel ein W20. Jawohl. Und los geht's. 1-9. Jeder Spieler opfert eine bleibende Karte. Jeder. 10-19. Jeder Gegner opfert eine bleibende Karte. 20. Jeder Gegner opfert zwei bleibende Karten. Also ich hätte wirklich noch immer so ein 1er und ein 20er. Also 20 haben sie immer als separaten Effekt dabei in der Regel, ne? Aber ich hätte auch 1, weil 1 ist immer so richtig scheiße. Das ist wie wenn man beim Tabletop irgendwie Doppel-1 würfelt. Da ist meistens auch immer irgendein Müll. Und wenn man hier 1 würfelt, ne? Man müsste immer 1 und dann 2-19 von mir aus oder 2-10 oder wie auch immer, ne? Oder 2-9 und dann 10-19 das dann so staffeln, dass die 1 immer noch so was richtig Fieses wäre. Das wäre noch geiler gewesen. Okay, aber sonst ganz lustig. Äh, wir müssen jetzt mal gucken, was wir machen. Ach nee, genau. Hm, haben wir schon geguckt. Ihr seht, ich bin verwirrt vor lauter Freude hier. Ach ja, genau. 20. Jeder Gegner opfert zwei bleibende Karten. Das ist ganz cool. Ja, aber 20 auch gar nicht so leicht zu kriegen. So, weiter geht's mit Sylvanische Hirtin. 2 beliebige, ein grünes 2-3-Kreatur, Mensch-Duroide, Wachsamkeit. Immer wenn sie angreift, würfeln wir auch 1-20. Ihr seht super viele geile Würfelsachen hier drin. 1-9. Du erhältst einen Lebenspunkt dazu. 10-19. Du erhältst 2 Lebenspunkte dazu. 20. 20-Duells, 5 Lebenspunkte dazu. Boah, ich hab mal Bock, so ein richtiges, ich würfel mir ein Deck. Entweder performt das richtig gut, wenn er gut würfelt, oder es performt richtig scheiße. Aber da würde ich es mal drauf ankommen lassen. Goblin-Sperrwerferin mit einem absoluten High-End-Artwork, möchte ich mal behaupten. Sehr schick. Ein rotes One-Drop hat quasi 1-1. Eile, Goblin-Krieger, immer wenn die Goblin-Sperrwerferin geblockt wird, fügt sie einer Kreatur deiner Wahl, die sie blockt, einen Schadenspunkt zu. Und Eile, immer, immer gut. Lederrüstung. Ein beliebiges Artefakt-Ausrüstung. Die ausgerüstete Kreatur hat plus 0, plus 1 und hat Abwehr 1. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur das Ziel eines Zauberspruchs oder einer Fähigkeit wird, den bzw. die Ergebnisse kontrolliert, neutralisiere ihn bzw. sie. Es sei denn, jener Spieler bezahlt ein beliebiges Mana mehr. Mhm. Ausrüst 0. Aktiviere diese Fähigkeit nur einmal pro Zug. Ja, guck. Aber trotzdem nett. Verlaune. Da haben wir Manticore im Oldschool-Artwork. Drei beliebige, ein schwarzes 2-1. Kreatur Manticore. Aufblitzen und fliegend. Dann hat er die Schwanzstacheln. Nein, ihr Fäkel. Darum geht es jetzt gerade nicht. Wenn der Manticore ins Spiel kommt, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl, die einen Gegner kontrolliert und der in diesem Zuge Schaden zugefügt wurde. Jo, alles klar. Ja, das sieht natürlich auch gut aus. Vampirbrut. Cooles Artwork. Kreatur Vampir. 2-3 für 3-1. Eins davon muss schwarz sein. Wenn die Vampirbrut ins Spiel kommt, verliert jeder Gegner zwei Lebenspunkte. Du hältst zwei Lebenspunkte dazu. Ja, mal so einen kleinen Blutsnack auf Kosten der anderen. Furchtloser Sonderling. Org Waldläufer. 2-3 für 2-1. Eins davon muss grün sein. Reichweite. Das heißt, kann auch fliegende Blocken. Ja, er hat auch einen Bogen in der Hand. Sehen wir hier. Dann hat er Reichweite. Ja, wie habe ich gerade gesagt? Rudeltaktik. Das wollte ich sagen. Immer, wenn der furchtlose Sonderling angreift. Und falls du in diesem Kampf mit Kreaturen mit Gesamtstärke 6 oder mehr angegriffen hast, wage dich ins Gewölbe. Ah, okay. Das ist cool. Da kann man dann quasi selbst beeinflussen, ob man ins Gewölbe will oder nicht. Und das ist eine coole Sache. Gerade wenn man, also fürs Gewölbedeck, sage ich jetzt mal, wenn man sich sowas baut. Ähm, ja. Dann kann man das so ein bisschen einteilen. Wenn man wirklich guckt, dass man öfter mit Kreaturen mit 6 angreift, dann ist das schon ziemlich cool. Ich überlege gerade, wenn man eine Karte noch irgendwie einbauen würde, wo man die Angriffe verdoppeln kann. Das wäre natürlich auch cool, ne? Oder man pumpt ihn auf und verdoppelt dann die Angriffe, dass man zweimal pro Phase angreifen kann. Dann kann man irgendwie schön sich durchs Gewölbe mogeln in kurzer Zeit. Ja, interessant. Ihr seht, man kann hier lustige Sachen machen. So, da haben wir den Kampfschrei-Goblin, Kreatur-Goblin. 2-2 für 2 Mana, 1 muss rot sein. Wir können ein beliebiges und ein rotes bezahlen. Goblins, die du kontrollierst, sein plus 1, plus 0 und eile bis zum Ende des Zuges. Richtig gut fürs Goblin-Deck. Ähm, Rudeltaktik. Immer wenn, ähm, der Kampfschrei-Goblin angreift und falls du in diesem Kampf mit Kreaturen mit Gesamtstärke 6 oder mehr angegriffen hast, dann hast du diese Rudeltaktik halt. Äh, erzeuge einen getappten und angreifenden 1-1-roten Goblin-Kreaturen-Spielstein. Ja, guck. Schick, schick, schick. Oh, dann haben wir eine Verzauberung, also eine Verzauberung aus Klasse hier quasi. Klasse der Hexenmeister. Erhöht die Stufe wie eine Hexerei, um ihre Fähigkeit freizustufen, äh, freizuschalten, genau, freizustufen, Idiot. Ähm, zu Beginn deines Endsegments und falls in diesem Zug eine Kreatur verstorben ist, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt. Ähm, ein beliebiges Mana und ein schwarzes, Stufe 2. Wenn diese Klasse Stufe 2 erreicht, schaue dir die obersten 3 Karten deiner Bibliothek an. Nimm einen davon auf deine Hand und lege den Rest auf deinen Friedhof. Stufe 3. Bei 6 beliebige und ein schwarzes. Zu Beginn deines Endsegments verliert jeder Gegner so viele Lebenspunkte, wie er in diesem Zug Lebenspunkte verloren hat. Schaden verursacht den Verlust von Lebenspunkten. Ja, das ist natürlich logisch. Ja, cool. Interessant, gefällt mir gut. Nette, nette Sache, so eine Klasse, ne? Joa. So, dann haben wir als Rare legendäre Kreatur und zwar Volo Kenner der Monster. Das kann bei Dungeons & Dragons natürlich nicht schaden. 3.2 für zwei beliebige, ein grünes und ein blaues. Legendäre Kreatur, Mensch, Zauberer ist er. Immer wenn du einen Kreaturenzauber wirkst, der keinen Kreaturentyp mit einer Kreatur, die du kontrollierst, oder einer Kreaturenkarte in deinem Friedhof gemeinsam hat, also ne, der keinen, also darf nicht gemeinsam sein, nochmal nachlesen, genau. Kopiere den Zauberspruch. Eine Kopie des Kreaturenzaubers wird zu einem Spielstein. Ah, okay, alles klar. Er selber hat 3.2. Auch interessanter Effekt auf jeden Fall. Dann haben wir eine Insel. Und dann haben wir nochmal die verlorene Mine von Vandelva. Ja, da haben wir jetzt aber mittlerweile diverse von, würde ich sagen. So, was haben wir denn noch? Vier Boosterchen haben wir tatsächlich noch. Und ja, ihr seht, das Ganze dauert einen Momentchen, wenn man die neuen Karten wirklich mal exzessiv durchforstet und sich dann auch noch so ein bisschen dazu äußert. Aber ich denke mal, die Zeit sollte man sich nehmen. Es ist ja auch so, dass wir uns aktuell aus Kostengründen halt immer nur das Bundle angucken können, was wir ja freundlicherweise vom Taschengelddieb kriegen. Und deswegen müssen wir das auch genießen. Richtig? Richtig. So, weiter geht's. Tödlicher Disput. Spontan Zauber für 2-Mann-1 muss schwarz sein. Opfer ein Artefaktor einer Kreatur als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken. Ziehe 2 Karten und erzeugen einen Schatzspielstein. Okay, alles klar. Ja. Zusatzkosten immer eigentlich nicht so gut. Priester der uralten Geheimnisse. 2 beliebige, ein Vers 2-1. Kreatur, Zwerg-Kleriker. Wenn der Priester der uralten Geheimnisse ins Spiel kommt, erhältst du einen Lebenspunkt dazu und ziehst eine Karte. Jo, da haben wir den Schockgriff. Das war hier Metallrüstung, schlechte Wahl und so. Preis der Loyalität. Eine Hexerei in Rot für 2 beliebig und ein rotes. Übernimm bis zum Ende des Zuges die Kontrolle über eine Kreatur deiner Wahl. Enttappe sie, sie hält alle bis zum Ende des Zuges. Falls Maler von einem Schatz ausgegeben wurden, um den Zauberspruch zu wirken, hält diese Kreatur außerdem plus 2, plus 0 bis zum Ende des Zuges. Ja, also hier lohnt es sich wirklich immer, bei den vielen Karten, wo ich das jetzt schon gesehen habe, dass man halt wirklich das Maler nimmt und das von einem Schatz zieht, weil, ja, hier nochmal eben 2 Schadenspunkte extra durchdrücken, kann man mal machen, ne? Und wenn man den Schatz sowieso da liegen hat und, ja, die nächste Runde für irgendwas ausgegeben hätte, dann kann man sich den quasi ja mal dafür, also, oder wenn man mal einer E über hat. Das ist eine coole Sache, gefällt mir gut. Gut, so, dann haben wir die schuppige Kräuterkundlerin, ne, Kreatur Exedroide, hatten wir schon gesehen. Dann haben wir Stachelfallgrube. Oh, das tut wie immer, wenn man da unten aufschlägt. Ähm, Artefakt mit, ähm, ja, mit den Kosten, also quasi Kosteinmale, aufblitzen. Äh, 5 beliebige Zahlen, tappen, opfere die Stachelfallgrube, bestimme eine Kreatur deiner Wahl und würfle dann einen W20. Aha. 1 bis 9, die Stachelfallgrube fügt eine Kreatur, äh, fügt der Kreatur 5 Schadenspunkte zu. 10 bis 20, die Stachelfallgrube fügt der Kreatur 5 Schadenspunkte zu. Kreatur erzeuge ein Schatzspielstein. Ah, das wäre aber noch fieser gegangen, so bei 1 passiert gar nichts, ne. Dann die zweite Stufe, dann die dritte Stufe bis 19 und bei 20 so, ist sofort tot. Das wäre mal richtig cool gewesen. Okay. So, weiter geht's mit Gnolljäger. 2-2 hat er, äh, Kreatur Gnoll. Ähm, 2 im Anakosta, 1, da muss grün sein, auch mit Rudeltaktik. Also, ähm, wenn er angreift und wir mit einer Gesamtstärke von 6 oder mehr angreifen, dann gibt's einen Plus-1-Plus-1-Marker auf den Gnolljäger. Ja, und da sieht man mal so ein Gnoll, ne. So sieht er aus. Dann haben wir das himmlische Einhorn. 3-2, zwei beliebige, kostet Spaß, und ein weißes Kreatur Einhorn, wer hätte das gedacht? Immer, wenn du Lebenspunkte dazu hältst, lege eine Plus-1-Plus-1-Marke auf das himmlische Einhorn. Oh, weh. Ähm, ja, der Benjamin, der bastelt gerade an so einem, ähm, ja, Lebens, äh, Punkt, ich krieg da irgendwas dafür Deck, also ein Live-Gener-Deck plus X mit irgendwelchen lustigen Effekten. Dann haben wir Silberner Rabe, der sieht ja wild aus. Artefakt-Kreatur Vogel für ein blaues 1-1 fliegen, wenn der Silberner Rabe ins Spiel kommt, wenn der hell sieht 1 an. Uh, sich entfaltende Wildnis in einem supergeilen, äh, ja, Abenteuer Modul C7. Sich entfaltende Wildnis in Dungeons & Dragons. Ein Abenteuer für Erfahrungsstufen 1-4, ja, cool. Ähm, ihr wisst ja bei so, ähm, Panel Papers, da levelt man, man wählt sich einen Charakter und den hat man nicht jedes Mal neu, sondern man spielt seinen alten Charakter, äh, Charakter bei den nächsten Spielen weiter. Ja, und, ähm, beim Tabletopft, so zum Beispiel wie, ähm, bei Skirmishern oder bei, bei Frostgrave oder so, wo halt man wirklich die Charaktere weiterentwickelt dann. Und dann kriegen sie die halt auf Stufe, weiß der Teufel was, ne? Das bedeutet, dass einfach nur ein Land tappen Opfere, die sich entfalten, eine Wildnis durchsuchen in der Bibliothek nach einer Standard-Landkarte, bringen sie entfalten ins Spiel und mischen danach, ne? Gleicher Effekt, aber interessant gemacht, sieht cool aus. So, dann haben wir göttliches Niederstrecken, jawohl, im Namen des Herrn und so. Ein beliebiges, ein weißes Spontanzauber, eine Kreatur oder ein Plan Spocker, deiner Wahl, die beziehungsweise den der Gegner kontrolliert, destabilisiert sich, falls eine, oder, falls jene bleibende Karte schwarz ist, schicke sie sie stattdessen ins Exil. Aha, ne, die haben wir da was hier gegen die dunklen Mächte. Dann haben wir Überzeugungskraft, interessantes Artwork auch, ähm, da wird diskutiert mit den beiden Jungs, und die diskutieren nochmal untereinander. Äh, zwei beliebige, ein blaues Hexerei, bestimme eine Kreatur deiner Wahl, die einen Gegner kontrolliert und würfelt, dann ein W20, 1 bis 9, bringen sie auf die Hand ihres Besitzers zurück, 10 bis 19, ihr Besitzer legt sie auf oder unter seinen Bibliothek und 20, übernimm die Kontrolle, ähm, übernimm bis zum Ende deines nächsten Zuges die Kontrolle über sie. Ach so rum, ja, okay, alles klar. Ja, also, ne, ich würde sagen, durchkommen, durch das Tor kommt man auf alle Fälle, nur mit welchem Effekt, hängt dann vom Würfelglück ab. Coole Sache, gefällt mir gut. Dann aber magisches Geschoss. Doppelrot, ein beliebiges Hexerei. Dieser Zauberspruch kann nicht neutralisiert werden. Das magische Geschoss fügt drei Schadenspunkte zu, deren Aufteilung auf ein, zwei oder drei Ziele deiner Wahl du bestimmst. Boah, der Satz, äh, verdreht er ist. Zu viel Star Wars geguckt, du hast. So, Klasse der Kämpfer, mhm, neue Klasse hier, in Rot und Weiß, also jeweils ein Mana, kostet der Spaß. Ähm, wenn die Klasse der Kämpfer ins Spiel kommt, durchsuche deine Bibliothek nach einer Ausrüstung-Card, zeige sie offen vor, nimm sie auf die Hand und mische danach. Dann Stufe 2, ein beliebiges, ein rotes, ein, äh, weißes heißt das genau. Ausrüsten, äh, Ausrüstenfähigkeiten, die du aktivierst, kosten beim Aktivieren zwei beliebige weniger. Mhm. Und Stufe 3, drei beliebige, ein rotes, ein weißes, immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, angreifst, wird sie in diesem Zug von bis zu einer Kreatur deiner Wahl geblockt, falls möglich. Ah, okay, alles klar. Und das war auch unsere Rare hier drin. Dann haben wir noch einen Gebürge und einen Schatz. Jawohl, so sieht das aus. Okay, drei Boosterchen haben wir noch. Und, ja, also die Edition finde ich jetzt bis jetzt echt sehr schön, muss ich sagen. Die nimmt sich auch nicht ganz so ernst, ne. Und, ähm, ja, ich bin ja halt, wie gesagt, Casual-Spieler und diese ganzen Hardcore-Turniersachen, auch beim Tabletop oder so, oder auch Flaschenblatt. Ähm, alle, die immer nur Hardcore auf Turnier aus sind, ich finde so, 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 so fluffige, ähm, Themendecks finde ich für zu Hause viel, viel geiler. Weil, ja, macht einfach Laune. Klar, kriegt man ab und zu damit auf den Sack, aber es hat halt Spaß gemacht, ne. Ja, so, Wendung der Schicksale haben wir schon gesehen. Verbündete aus den Ebenen, doppelweiß, drei beliebige, 3-3-Kreatur-Engel. Fliegend, immer wenn die Verbündete aus den Ebenen angreift, wage dich ins Gewölbe. Jawohl, wieder eine Karte, ne, um ins Gewölbe zu kommen. Luftkult-Elementar haben wir gesehen. Oh, Goblins, schön. Ausschwärmende Goblins, vier beliebige, ein rotes Kreatur-Goblin. Ja, natürlich. Wenn die ausschwärmenden Goblins ins Spiel kommen, würfle ein W20. Es wird immer besser. Eins bis neun, erzeuge einen 1-1-roten Goblin-Kreaturen-Spielstein. Zehn bis neunzehn, erzeuge zwei solcher Spielsteine. Zwanzig erzeuge drei solcher Spielsteine. Sehr cool. Ja, also hier sind echt entscheidende Würfel sehr, sehr viel. Erinnert mich gerade spontan an die Folge von Big Bang Theory, wo Dr. Cooper entschieden hat, dass er halt, um sich nicht mehr mit banalen Entscheidungen zu belasten und seine Hirnkapazität für wichtigere Sachen freizugeben, alles auswürfelt, was er macht. Ob er aufs Klo geht oder nicht, was er isst oder nicht. Super gute Folge, fand ich echt gut. Weiter geht's. Ich schweife immer ab. Gute Laune, schöne Sache. Man muss immer an was Neues denken. Egal. So, inspirierender Bade. Da muss ich zum Beispiel gerade an Asterix denken, aber da erzähle ich jetzt keine Story zu. 3-3 für vier Mal, eins davon muss grün sein. Kreatur 11 Bade. Wenn der inspirierende Bade ins Spiel kommt, bestimme eines. Entweder badische Inspiration, eine Kreatur deiner Wahl, plus 2, plus 2 bis zum Ende des Zuges oder Lied der Erholung. Du hältst drei Lebenspunkte dazu. Jo. Uh, trottender Gruel. Ein One-Drop, ein schwarzes 1-1-Kreatur Zombie. Wenn der trottende, trottende, nicht trottelnde, Gruel stirbt, bestimme eines. Dem Gestank trotzen. Jawohl. Eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert, der hat minus 1, minus 1 bis zum Ende des Zuges oder Leichnam durchsuchen. Jawohl, Leichenflatterer. Erzeuge einen Schatzspielstein. Ja, Hauptsache die Kohle kommt mit. So sieht's aus. Da, wo er hingeht, braucht er das nicht mehr und so. Ja. So, da haben wir unseren Intellektverschlingen wieder. Wie gesagt, mein Artwork der Edition ist jetzt. Reifschild Frostriese. 4, 5 für 5 Mana. Doppelblau muss dabei sein. Kreatur Riese Krieger. Abwehr 3. Immer wenn diese Kreatur das Ziel eines Zauberspruchs oder einer Fähigkeit wird, den beziehungsweise die ein Gegner kontrolliert, neutralisieren ihn beziehungsweise sie. Es sei denn, jener Spieler bezahlt drei beliebige Mana extra. Das ist immer die Zahl, die hinter der Abwehr angegeben ist. So viel muss der Kollege dann drauflegen. Beziehungsweise der Rivale, um halt das durchzuziehen. Dann haben wir ja die Pixie. Pixie-Führerin. Zwei Mana, eins muss blau sein. 1,3. Kreatur Fehlwesen fliegend. Einen Vorteil gewähren. Falls du ein oder mehrere Würfel würfeln würdest, würfel stattdessen so viele Würfel plus ein und ignoriere das niedrigste Ergebnis. Oh ja, das ist schön. Das ist schön. Dann haben wir erfahrene Gewölbe-Forscherin. Jawohl. Doch richtig gesehen. Drei beliebige, ein weißes, also insgesamt vier. Drei, vier. Kreatur Mensch Krieger. Wenn die erfahrene Gewölbe-Forscherin ins Spiel kommt, wage dich ins Gewölbe. Äh, ich hätte jetzt fast drauf getippt, dass so ein Effekt kommt. Dann haben wir Krüdel von Baldurs Tor. Okay. Zwei Mana, ein schwarzes, ein blaues Koster. 1,3. Legendäre Kreatur Mensch Elf Räuber. Immer wenn Krüdel auf Baldurs Tor einem Spieler Kampfschaden zufügt, verliert der Spieler einen Lebenspunkt und mild eine Karte. Dann erhältst du einen Lebenspunkt dazu und wendest her sich eins an. Immer wenn du eingreifst, äh, ein, nicht eingreifst, sondern angreifst, immer wenn du angreifst, kannst du zwei bezahlen. Zwei beliebige Mana. Falls du dies tust, kann eine Kreatur deiner Wahl in diesem Zug nicht geblockt werden. Mhm. So, so, Herr Krüdel. Dann haben wir noch Reisende Troubadourin. Für vier Mana, eins davon muss grün sein. 4,2. Kreatur Drache Bade. Okay, das ist natürlich auch eine Zusammenstellung. Ähm, zu Beginn deines Endsegments. Und falls du, falls in diesem Zug ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel gekommen ist, wage dich ins Gewölbe. Jawohl, wieder ab ins Gewölbe. Dann haben wir Tragbares Loch. Ja. Ähm, ohne Kommentar. Ein weißes Artefakt. Wenn das tragbare Loch ins Spiel kommt, schicke eine bleibende Karte deiner Wahl mit Mana Betrag 2 oder weniger, die kein Land ist und die ein Gegner kontrolliert ins Exil, bis das tragbare Loch das Spiel verlässt. Ja. Also das, vom Titel her wird das, glaube ich, meine Karte der Edition. Und dann haben wir, uh, hallo mein Freund. Und da fühlt man sich ja glatt in Dragoborn-Zeiten. Schwarztod Draculich oder Draculich. Das ist ja ein schönes Teil. Der gefällt mir aber gut. Könnte nur noch getoppt werden, wenn wir in der Folge wären. Erstmal mit einem Fullart, ne? Sehr geil. Ähm, eine Mythic. Und einen Drachen. Zombie-Drache. Das ist ja mal cool. Doppelschwarz. Zwei beliebige. 5,2. Legendäre Kreatur. Zombie-Drache. Aufblitzend. Fliegend. Der Schwarztod der Draculich kommt getappt ins Spiel. Das mögen wir aber nicht so doll. Ähm, du kannst Schwarztod der Draculich aus deinem Friedhof wirken, falls in diesem Zug eine Kreatur, die nicht Schwarztod der Draculich heißt, gestorben ist. Oh, das ist aber cool. Das ist aber mal richtig cool. Das ist böse. Aus dem Friedhof wirken, ähm, wenn eine Kreatur, die nicht diesen Namen hier trägt, gestorben ist. Das ist richtig, richtig stark. Den irgendwie millen, ne, Hokuspokus-Lokus. Am besten mit Hellsicht irgendwie oder mit dem Dings da drauf packen. Ähm, dann mit, äh, mit einem Mill, mit einem Self-Mill oder so auf dem Friedhof oder wie auch immer man die Karten auf dem Friedhof kriegen mag. Und dann, äh, ja, außerdem, wenn er dann tot ist, ne, weil wirklich stark auf der Brust ist, ist er nicht jetzt so ein bisschen, ne, ein bisschen hohlbrüstig. Ähm, aber er kommt wieder. Und 5 im Angriff hat er und er fliegt. Und er hat Aufblitzen. Und das gefällt mir. Sehr cool. Super, super, super gut. Alles klar. Und das Aufblitzen wird natürlich etwas relativiert, weil der halt getappt reinkommt. Aber, ja, trotzdem, geile Karte. Freut mich, die gezogen zu haben. Sehr schön. So, dann haben wir noch einen Standard-Wald. Und dann haben wir Arena. Ja, Werbung für etwas Digitales im analogen Format. Ne, kostenlose Spielballstandard, Drafts, Ziel und vieles mehr. Spiele gegen beliebige Gegner, bla, 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 bla. Ne, wer das noch nicht kennt, äh, ist quasi Magic gegen, ähm, ja, andere Spieler oder auch gegen eine CPU. Und, ähm, das kostet tatsächlich nicht. Und ihr könnt euch sogar Booster da freispielen. Klar, es gibt auch irgendwie halt die Möglichkeit, Booster virtuelle zu kaufen. Ähm, Releases kommen hier, glaube ich, immer eine Woche früher raus, ne. Also, wenn ihr irgendwie ganz fickerig auf die neue Edition seid und die halt dann schon nie gespielen wollt, könnt ihr das bei Arena in der Regel tun. Und, ja, ansonsten halt eine ganz coole Sache. Finde ich ganz sweet. Das Spiel geht weiter. MTG Arena. Ja. Ähm, schön halt auch der Punkt, dass es nichts kostet, ne. Das hat man ja heutzutage eher selten. Und deswegen ganz fein. So. Plöpp. Vorletztes Booster. Wir quatschen auch schon eine halbe Ewigkeit. Heldin der Zwergenfeste haben wir Start. 3-1 Kreatur Zwergkrieger. Also, Kriegerin wohl eher. Ähm, 2-1 Kreatur. 2-1 Kreatur muss weiß sein. Solange die Heldin der Zwergenfeste ausgerüstet ist, hält sie plus 0, plus 2. Jopp. Magischer Schlaf haben wir schon gesehen. Der Drache kurz eingenickt. Voll aufs Gesicht gefallen. Dann haben wir Waffenstarrende Veteranen. Ja, die nimmt auch gerne mein Messer hier mehr mit. 2-2 Kreatur Orgkrieger. Für 2-1 Kreatur muss rot sein. Solange die Waffenstarrende Veteranen ausgerüstet ist, hat sie Bedrohlichkeit. Jawohl. Dann haben wir den Elturgard Waldläufer. Kreaturmensch, 11 Waldläufer. Reichweite. Wenn der Elturgard Waldläufer ins Spiel kommt, erzeuge ein 2-2 Grün-Wolf-Kreaturen-Spielstein. Dann haben wir wieder Horträuberin. Kennt immer schon. Lichtbringer Kleriker. 1-3 Kreaturmensch Kleriker. Für 2-1 Kreaturmensch Kleriker. Für 2-1 Kreaturmensch Kleriker. Wenn der Lichtbringer Kleriker ins Spiel kommt, bestimme eines. Entweder Wundenhallen, du hältst bei jedem Punkt dazu. Oder Magiebanden, zerstöre eine Verzauberung deiner Wahl. Oder Ruhe sanft, schicke eine Karte deiner Wahl aus dem Friedhof ins Exil. Netter Typ, ne? Für so einen common dude, für 2, finde ich den echt ganz cool. So. Findet eine Götzenskulptur. Jawohl. Das goldene Kalb. 2 Mana kostet Spaß. Das ist eine Hexerei. 1 auf dem muss grün sein. Bestimme eines. Sie zerschmettern. Ach, ihr findet. Nicht finde. Ihr findet eine Götzenskulptur. So. Ne? Also, wie das in so einem Buch drin steht. Bestimme eines. Sie zerschmettern. Zerstöre ein Artefakt deiner Wahl. Den Fluch aufheben. Zerstöre eine Verzauberung deiner Wahl. Ihre Augen stehlen. Ach so. Da sind bestimmt irgendwie Edelsteine drin oder so. Erzeuge einen Schatzspielstein. Wage dich ins Gewölbe. Oh, gleich 2 Effekte. Also Schatzspielstein und ins Gewölbe. Auch nette Karte, ne? Aber Hexerei halt. Aber trotzdem okay. Dann haben wir den Landhai. Nicht zu verwechseln mit Landhai. 4. 1 davon muss grün sein. 3-3. Kreativestie. Zu Beginn deines Endsegments. Und falls in diesem Zug eine Kreativestie gestorben ist, lege eine Plus-1-Plus-1-Marke auf den Landhai. Jo. Landhai. Sachen gibt's. Improvisierte Bewaffnung haben wir schon gesehen. Tatsächlich. Yuan-T-Giftklinge. Der Frauenheld, den haben wir auch schon gesehen. Dann haben wir Klasse der Kleriker. Wieder unsere Klasse hier. Falls du Lebenspunkte dazu halten würdest, erhältst du stattdessen so viele Lebenspunkte. Plus 1. Das ist hier die weiße Klasse quasi. Kostet auch ein weißes. Dann Stufe 2. 3-beliebige ein weißes. Immer wenn du Lebenspunkte dazu hältst, lege eine Plus-1-Plus-1-Marke auf alle Kreaturen deiner Wahl. Du kontrollierst. Und Stufe 3. 4-beliebige Mana und ein weißes. Ja, Stufe 3 hatte ich gesagt. Wenn die Klasse diese Stufe 3 erreicht, bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Du hältst so viele Lebenspunkte wie die höhere Widerstandskraft dazu. Oh, das ist aber Stufe 3. Das war geil, ne? Okay. Auch eine fiese Karte. So, dann geht es weiter mit Nasch. Bei einem Schwarzen ist es spontan zuhause. Ein Schwarzes, den Schwächestrahl. Eine Kreatur deiner Wahl hält Minus 4, Minus 1 bis zum Ende des Zuges. Falls die Kreatur weiß ist, jawohl. Hält sie Minus 4, Minus 4 bis zum Ende des Zuges. Genau. So, da ist wieder gut gegen böse, ne? Schön dargestellt. Dann haben wir den Purpurwurm. Kreatur Würmchen. Ja, da steht wirklich Würmchen. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Dummschnack, den ich hier wieder erzähle. Da steht wirklich Würmchen. Ja. Das Würmchen kostet schlanke 7 Mana, wobei Doppelgrün dabei sein muss. Er hat 8, 7. Um diesen, äh, dieser Zauberspruch kostet beim Wirken 2 beliebige Mana weniger, falls in diesem Zug eine Kreatur gestorben ist. Oh, das lässt sich bewerkstelligen. Abwählt 2. Kennen wir auch schon, ne? Ähm. Sprich, Gegner muss 2 beliebige Mana mehr bezahlen. Ja, cooles Tier, das Würmchen. Und dann haben wir, jawohl. Oh, schön. Eine legendäre Kreatur in Rot. Rot, genau meine Farbe. Es ist Salto oder Zalto. Ich denke mal, Salto eher, äh, Herzog der Feuerriesen. Zwei rote, drei beliebige. Äh, 7, 3. Verursacht Trampeschaden. Immer wenn Salto Herzog der Feuerriesen, ähm, Schaden zufügt, wage dich ins Gewölbe. Oh, jedes Mal, wenn der Schaden zufügt. Das ist ja noch geil, als ich jedes Mal angreifen. Ähm, ja, eigentlich fast identisch. Aber, ja, nee, ah, nicht ganz so gut. Nein, ich korrigiere mich. Angreifen kann man öfter Schaden machen. Tut man nicht immer. Ähm, sorry. Obwohl, irgendwie macht man das doch. Und selbst wenn einer blockt, ist das Schaden. Ich sag gar nicht, es ist genauso gut wie angreifen. Aber cooler Effekt und ins Gewölbe ist immer gut. So. Ebene. Und dann haben wir gerade mal der Vernichtung. Das haben wir in klein noch gar nicht gesehen. Ja, guck, wenigstens haben wir da auch eins von, ne? So, was mache ich hier? Blödsinn. Dahin. So, letztes Booster. Dann sind wir leider schon, ja, schon das Relativ, ne? Bei dem so viel, wie ich gesammelt habe, mein Hals fühlt sich auf etwas trocken an. Ähm, aber es macht einfach richtig Laune, hier mit euch die Booster anzugucken. Und die neue Edition, wirklich, gerade für so Casual-Spieler, finde ich die richtig cool. Geiles Crossover. Ähm, so, weiter geht's mit Seelendurchspionen. Die haben wir schon gesehen. Ausschwärmende Goblins haben wir auch schon gesehen, wo wir würfeln dürfen. Sehr cool. Äh, Weg finden. Äh, Verzauberung Aura für zwei beliebige, ein grünes. Verzauber dein Land, wenn der Weg, äh, wenn Weg, mein Gott, wenn Weg finden ins Spiel kommt, wage dich ins Gewölbe. Ja, guck, dann dürfen wir auch wieder ins Gewölbe hier. Seht aber auch schon, zeigt sich da schon hin, ne? Da liegt auch so ein Skelett davor. Das ist immer eine gute Idee, irgendwo reinzugehen, wo schon irgendwelche Leichen rumliegen. Ähm, das verzauberte Land hat Tappen und wir erzeugen zwei grüne. Das ist fein. Das kann man immer gebrauchen. So, dann haben wir den Grabstätten-Ghul. Äh, Zombie-Kreatur. Äh, 2-1 für zwei Mana, eins für schwarz sein. Opfer einer anderen Kreatur. Der Grabstätten-Ghul-L plus 2 plus 2 bis zum Ende des Zuges. Aktivieren sie die Fähigkeit nur einmal pro Zug. Äh, ja, limitiert, nicht so gut. Treuer Paladin haben wir schon gesehen. Das war hier die Geschichte, ne? Ork-Ritter, wo man zwar mal hingucken muss, dass es überhaupt ein Ork ist. Morden-Kainens-Verwandlung. Das ist wahrscheinlich wieder was direkt aus D&D. Ähm, Spontanzauber für zwei Mana, eins davon beliebig ein blaues. Äh, bis zum Ende des Zuges wird eine Kreatur deiner Wahl zu einem Drache mit Basisstärke und Widerstandskraft 4-4 und Flugfähigkeit. Sie verliert alle anderen Kreaturentypen. Okay, kann man Drachen bauen. Oh, nicht schlecht. Ihr kommt an einen Fluss-Spontanzauber. Für zwei Mana, eins muss blau sein. Bestimme eines gegen die Strömung ankämpfen. Bringe eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, auf die Hand des Besitzers zurück. Oder eine Furt finden, eine Kreatur deiner Wahlheit. Plus eins, plus nur bis zum Ende des Zuges und kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Jawohl. Dann haben wir Schreckenswolf-Streuner, den haben wir auch schon gesehen. Dann, ihr findet eine Götzenskulptur, haben wir auch schon gesehen. Okay, Falke des Waldläufers kennen wir, glaube ich. Also den kennen wir noch nicht. Kreatur Vogel, 1-1 für ein weißes Fliegen. Wir können drei beliebige Zahlen tappen. Eine andere ungetappte Kreatur, die du kontrollierst. Ist ja auch logisch, sonst könnten wir es auch nicht mehr tappen. Wage dich ins Gewölbe. Wunderbar, aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei. Bitte diesen Raum, blablabla, kennen wir, ne? Okay, alles klar, wieder eine Gewölbekarte, sehr schön. Dann haben wir Abnorme-Gedankenzauberin. Das ist doch schön. Für vier beliebige und ein blaues 3-4-Kreatur-Mensch-Elf-Schamane-Gedankenzauber. Wenn die Abnorme-Gedankenzauberin ins Spiel kommt, bestimme einen Spontanzauber oder Hexererkarte in deinem Wahl von deinem Friedhof und würfle dann einen W20. 1-9, du kannst die Karte oben auf deiner Bibliothek legen. 10-20 bringen die Karte auf die Hand zurück. Ja, das ist schon sehr geil, weil egal was verwerfen, eine Null ist eher unwahrscheinlich. Und ansonsten kriegen wir es auf alle Fälle oben auf die Bibliothek, ansonsten sogar auf die Hand. Das ist cool. Mische in die Bibliothek wäre zum Beispiel auch noch eine Option gewesen oder eins passiert gar nichts. Aber ja, manchmal hätten die Abstufungen noch ein bisschen fieser und feiner sein können, meiner Meinung nach. Aber die Idee, wie gesagt, finde ich ziemlich cool. So, da haben wir noch Jägerinnen vom Tigerstamm. Doppelrot, drei beliebige 4-4-Kreatur-Mensch-Barbar. Verursacht Trampeschaden. Rudeltaktik. Immer wenn die Jägerin vom Tigerstamm angreift, blablabla, wenn die Gesamtstärke mehr als 6 ist, kannst du eine andere Kreatur opfern. Wenn du dies tust, fügt die Jägerin vom Tigerstamm einer Kreatur dabei Schadenspunkte in Höhe der Stärke der geopferten Kreatur zu. Oh, auch ein cooler Effekt, ne? Das ist doch mal ganz nice. Jawohl, da haben wir noch einen Drachen, und zwar einen blauen. Heißt auch blauer Drache, mal ganz schlicht und einfach. Ach ja, warum auch nicht? Praktische Namen sind Trumpf, ne? Fünfbeliebige und doppelblau. Fliegend, Blitz. Oh, wenn der blaue Drache ins Spiel kommt, erhält bis zum Ende deines nächsten Zuges eine Kreatur deiner Wahl, die einen Gegner kontrolliert. Erhält minus 3 minus 0, bis zu einer anderen Kreatur deiner Wahl, erhält minus 2 minus 0, und bis zu einer anderen Kreatur erhält minus 1 minus 0. Ja, wenn der so ein bisschen unterschiedlich geliefert, kann man das durchaus staffeln. Auch ganz nice, ne? Und dann haben wir als letztes noch eine Rare, und zwar ist es die Hand des Weckner. Ja, sieht ein bisschen komisch aus, die Hand, ne? Drei beliebige, legendäres Artefakt Ausrüstung. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug erhält die ausgerüstete Kreatur oder eine Kreatur namens Weckner, die du kontrollierst bis zum Ende des Zuges, plus x, plus x, wobei x gleich der Anzahl der Karten auf deiner Hand ist. Ausrüsten bezahle für jede Karte auf deiner Hand einen Lebenspunkt. Okay, Ausrüsten 2. Okay, dann haben wir noch eine Ebene und wieder Arena-Werbung, und damit sind wir durch. Ja, liebe Leute, das war auf alle Fälle jetzt viel Gesülze von meiner Seite aus, aber ich finde die Edition, ich habe es ja mehrfach währenddessen gesagt, ich finde die Edition richtig, richtig gut. Gerade für Leute, die so Bock auf so Sachen haben wie Würfeln und dann noch so ein kleines Side-Quest hier, dass man sich durch die Dungeons irgendwie noch zusätzlich durchackert, finde ich richtig geil. Und Top-Edition meiner Meinung nach, die wird, also mir persönlich denke ich, am meisten Spaß machen, mal wieder zu spielen, schon seit langem. Also die, ja doch, auf jeden Fall. Also es ist klar, durch den Würfel kommt ein gewisser Zufallsfaktor da rein, aber wenn man es jetzt halt nicht unbedingt kompetitiv spielen will, dann ist es halt meiner Meinung nach eine Bereicherung. Kompetitiv ist natürlich, ja, man baut sich ein Deck und tut und macht und dann verliert man, weil man scheiße würfelt, taugt nicht. Ich denke mal, im kompetitiven Faktor, wie schon gesagt, werden wir die Karten eher weniger sehen, halt wo Würfelwürfe drauf sind, im Casual und auf dem Küchentisch oder auf dem Wohnzimmertisch, da werden die definitiv öfter vorkommen, weil ich finde das einfach nur geil. Und hier werde ich mir ein wunderschönes Deck da mal daraus zaubern, vielleicht irgendwie noch das eine oder andere Booster versuchen, irgendwoher zu organisieren. Und ja, was denkt ihr über die Edition? Ich finde sie richtig, richtig gut und ja, das habe ich jetzt glaube ich mehrfach gesagt. Schreibt gerne drunter, was ihr davon haltet, ob ihr überhaupt so lange durchgehalten habt und schaut euch auch gerne auf dem Kanal um. Hier gibt es noch diverse andere Videos und wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst doch lieber ein Abo da, ihr kennt die Nummer. Und ich bin raus, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht beim Taschengelddieb vorbeizuschauen, ich sage nochmal vielen Dank, lieber André und ich bin dann erstmal raus. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, ciao.